Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Beim Gang zum Bücherregal ist mir in dieser Woche ein ganz besonderes Buch in die Hand gefallen. Ich hielt eine Ausgabe von Lessings Nathan der Weise in der Hand, die vom Einband kaum noch zusammengehalten wurde. Aber man soll sich vom Äußeren nicht täuschen lassen, denn dieses Stück ist eines der bedeutendsten Werke der deutschen Literatur und absolut zeitlos. Ich freue mich darauf, dir dieses Stück heute vorstellen zu dürfen. Viel Spaß beim Zuhören und vergiss bitte nicht, mir einen positiven Kommentar zu hinterlassen oder einen Like. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und los geht's! Gotthold Efraim Lessing, Nathan der Weise. Folgende Personen treten auf. Sultan Saladin, Sita dessen Schwester, Nathan, ein reicher Jude in Jerusalem, Recher dessen angenommene Tochter, Daya, eine Christin, aber in dem Hause des Juden, als Gesellschafterin der Recher, ein junger Tempelherr, ein Dervisch, der Patriarch von Jerusalem, ein Klosterbruder, ein Emir, nebst verschiedenen Mameluken des Saladin. Die Szene ist in Jerusalem. Erster Aufzug. Erster Auftritt. Szene. Flur in Nathans Haus. Nathan von der Reise kommt. Daya ihm entgegen. Daya. Er ist es. Nathan. Gott sei ewig Dank, dass ihr doch endlich einmal wiederkommt. Nathan. Ja, Daya. Gott sei Dank. Doch warum endlich? Habe ich denn eher wiederkommen wollen und wiederkommen können? Babylon ist von Jerusalem, wie ich den Weg, seit ab bald rechts, bald links zu nehmen bin, genötigt worden? Gut zweihundert Meilen. Und Schulden einkassieren ist gewiss auch kein Geschäft, das merklich fördert, das so von der Hand sich schlagen lässt. Daya. O Nathan. Wie elend. Elend hättet ihr indes hier werden können. Euer Haus. Nathan. Das brannte. So habe ich schon vernommen. Gebe Gott, dass ich nur alles schon vernommen habe. Daya. Und wäre leicht von Grund aus abgebrannt. Nathan. Dann. Daya. Hätten wir ein neues uns gebaut und ein bequemeres. Daya. Schon wahr. Doch Rächer. Wer bei einem Haare mit verbrannt. Nathan. Verbrannt. Wer? Meine Rächer. Sie? Das habe ich nicht gehört. Nun dann. So hätte ich keines Hauses mehr bedurft. Verbrannt bei einem Haare. Ha. Sie ist es wohl. Ist wirklich wohl verbrannt. Sag nur heraus. Heraus nur. Töte mich. Martre mich nicht länger. Ja, sie ist verbrannt. Daya. Wenn sie es wäre, würdet ihr von mir es hören? Nathan. Warum erschreckst du mich denn? O Rächer. O meine Rächer. Daya. Eure? Eure Rächer? Nathan. Wenn ich mich wieder je entwehnen müsste, dies Kind mein Kind zu nennen. Daya. Nennt ihr alles, was ihr besitzt, mit ebenso viel Rechte, das Eure? Nathan. Nichts mit Größern. Alles, was ich sonst besitze, hat Natur und Glück mir zugeteilt. Dies Eigentum allein dank ich der Tugend. Daya. O wie teuer lasst ihr eure Güte, Nathan, mich bezahlen. Wenn Güte in solcher Absicht ausgeübt noch Güte heißen kann. Nathan. Nathan. In solcher Absicht? In welcher? Daya. Mein Gewissen. Nathan. Daya. Lass von allen Dingen dir erzählen. Daya. Mein Gewissen, sag ich. Nathan. Was in Babylon für einen schönen Stoff ich dir gekauft? So reich und mit Geschmack so reich. Ich bringe für Rächer selbst kaum einen schönen mit. Daya. Was hilft's? Denn mein Gewissen, muss ich euch nur sagen, lässt sich länger nicht betäuben. Nathan. Und wie die Spangen, wie die Ohrgehenke, wie Ring und Kette dir gefallen werden, die in Damaskus sich dir ausgesucht, verlanget mich zu sehen. Daya. So seid ihr nun. Wenn ihr nur schenken könnt, nur schenken könnt. Nathan. Nimm du so gern, als ich dir geb und schweig. Daya. Und schweig. Wer zweifelt, Nathan, dass ihr nicht die Ehrlichkeit, die Großmut selber seid. Und doch. Nathan. Doch bin ich nur ein Jude. Geld. Das willst du sagen. Daya. Was ich sagen will, das wisst ihr besser. Nathan. Nun so schweig. Daya. Ich schweige. Was Sträfliches vor Gott hierbei geschieht und ich nicht hindern kann, nicht ändern kann, nicht kann, komm über euch. Nathan. Komm über mich. Wo aber ist sie denn? Wo bleibt sie? Daya. Wenn du mich hintergehst, weiß sie es denn, dass ich gekommen bin? Daya. Das frag ich euch. Noch zittert ihr der Schreck durch jede Nerve. Noch malet Feuer ihre Fantasie. Zu allem, was sie malt. Im Schlafe wacht. Im Wachen schläft ihr Geist. Bald weniger als Tier, bald mehr als Engel. Nathan. Armes Kind. Was sind wir Menschen? Daya. Daya. Diesen Morgen lag sie lange mit verschlossenem Auge und war wie tot. Schnell fuhr sie auf und rief. Horch. Horch. Da kommen die Kamele meines Vaters. Horch. Seine sanfte Stimme selbst. In dem brach sich ihr Auge wieder und ihr Haupt, dem seines Armes Stütze sich entzog, stürzt auf das Kissen. Ich zopp fort hinaus. Und sie, da kommt ihr wahrlich. Kommt ihr wahrlich? Was Wunder. Ihre ganze Seele war die Zeit her nur bei euch und ihm. Nathan. Bei ihm? Bei welchem ihm? Daya. Bei ihm, der aus dem Feuer sie rettete. Nathan. Wer war das? Wer? Wo ist er? Wer rettete mir meine Rächer? Wer? Daya. Daya. Ein junger Tempelherr, den wenig Tage zuvor man hier gefangen eingebracht und Saladin begnadigt hatte. Nathan. Wie? Ein Tempelherr, dem Sultan Saladin das Leben ließ? Durch ein geringeres Wunder war Rächer nicht zu retten? Gott. Daya. Ohn ihn, der seinen unvermuteten Gewinst frisch wieder wagte, war es aus mit ihr. Nathan. Wo ist er, Daya? Dieser edle Mann. Wo ist er? Führe mich zu seinen Füßen. Ihr gabt ihm doch vors Erste, was an Schätzen ich euch gelassen hatte. Gabt ihm alles. Verspracht ihm mehr. Weit mehr. Daya. Wie konnten wir? Nathan. Nicht. Nicht. Daya. Er kam und niemand weiß woher. Er ging und niemand weiß wohin. Und alle des Hauses Kundschaft, nur von seinem Ohr geleitet, drang mit vorgespreizten Manteln er kühn durch Flamm und Rauch der Stimme nach, die uns um Hilfe rief. Schon hielten wir ihn für verloren, als aus Rauch und Flamme mit eins er vor uns stand, im starken Arm empor sie tragend. Kalt und ungerührt vom Jauchzen unseres Danks, setzt seine Beute er nieder, drängt sich unters Volk und ist verschwunden. Nathan. Nicht auf immer, will ich hoffen. Daya. Nachher die ersten Tage sahen wir ihn unter Palmen auf- und niederwandeln, die dort des auferstandenen Grab umschatten. Ich nahte mich ihm mit Entzücken, dankte, erhob, entbot, beschwor, nur einmal noch die fromme Kreatur zu sehen, die nicht ruhen könne, bis sie ihren Dank zu seinen Füßen ausgeweinet. Nathan. Nun. Daya. Umsonst. Er war zu unserer Bitte taub und goss so bitteren Spott auf mich besonders. Nathan. Bist dadurch abgeschreckt. Daya. Nichts weniger. Ich trat ihn jeden Tag auf Neuem an, ließ jeden Tag von Neuem mich verhöhnen. Was litt ich nicht von ihm? Was hätte ich nicht noch gern ertragen? Aber lange schon kommt er nicht mehr, die Palmen zu besuchen, die unsers auferstandenen Grab umschatten. Und niemand weiß, wo er geblieben ist. Ihr staunt. Ihr sind. Nathan. Ich überdenke mir, was das auf einen Geist wie Rechers wohl für einen Eindruck machen muss. Sich so verschmäht von dem zu finden, den man hochzuschätzen sich so gezwungen fühlt. So weggestoßen und doch so angezogen werden. Trauen. Da müssen Herz und Kopf sich lange zanken. Ob Menschen Hass, ob Schwermut siegen soll. Oft siegt auch keines. Und die Fantasie, die in den Streit sich mengt, macht Schwärme, bei welchen bald der Kopf das Herz und bald das Herz den Kopf muss spielen. Schlimmer Tausch. Das Letztere, verkenne ich Recher nicht, ist Rechers Fall. Sie schwärmt. Daher, allein so fromm, so liebenswürdig. Nathan ist doch auch geschwärmt. Daher, vornehmlich eine Grille, wenn ihr wollt, ist ihr sehr wert. Es sei ihr Tempelherr kein irdischer und keines irdischen. Der Engel einer, deren Schutze sich ihr kleines Herz von Kindheit auf so gerne vertraut glaubte. Sei aus einer Wolke, in die er sonst verhüllt, auch noch im Feuer um sie geschwebt, mit eins als Tempelherr hervorgetreten. Lächelt nicht. Wer weiß, lässt lächelnd wenigstens ihr einen Wahn, in dem sich Jud und Christ und Muselmann vereinigen. So einen süßen Wahn. Nathan, auch mir so süß. Geh. Wackre Daya, geh. Sieh, was sie macht, ob ich sich sprechen kann. So dann suche ich den wilden, launigen Schutzengel auf. Und wenn ihm noch beliebt, hineden unter uns zu wallen, noch beliebt, so ungesittet Ritterschaft zu treiben, finde ich ihn gewiss und bring ihn her. Daya, ihr unternehmt viel. Nathan, macht denn der süße Wahn der süßern Wahrheit Platz. Denn, Daya, glaube mir, dem Menschen ist ein Mensch noch immer lieber als ein Engel. So wirst du doch auf mich, auf mich nicht zürnen, die Engelsschwärmerin geheilt zu sehen. Daya, ihr seid so gut und seid zugleich so schlimm. Ich geh. Doch hört, doch seht, da kommt sie selbst. Zweiter Auftritt. Rächer und die Vorigen. Rächer, so seid ihr es doch ganz und gar, mein Vater. Ich glaubt, ihr hättet eure Stimme nur vorausgeschickt. Wo bleibt ihr? Was für Berge, für Wüsten, was für Ströme trennen uns denn noch? Ihr atmet Wand an Wand mit ihr und eilt nicht, eure Rächer zu umarmen. Die arme Rächer. Die indes Verbrannte. Fast. Fast Verbrannte. Fast nur. Schaudert nicht. Es ist ein garstiger Tod verbrennen. Oh, Nathan, mein Kind, mein Liebeskind. Rächer, ihr musstet über den Euphrat, Tigris, Jordan, über wer weiß was für Wasser all. Wie oft hab ich um euch gezittert, ehe das Feuer mir so nahe kam, düngt mich im Wassersterben Erquickung, Labsal Rettung. Doch ihr seid ja nicht ertrunken, ich, ich bin ja nicht verbrannt. Wie wollen wir uns freuen und Gott, Gott loben? Er, er trug euch und den Nachen auf Flügeln seiner unsichtbaren Engel, die ungetreuen Strömen hinüber. Er, er winkte meinem Engel, dass er sichtbar auf seinem weißen Fittiche mich durch das Feuer trüge. Nathan, weißen Fittiche, ja, ja, der weiße vorgespreizte Mantel des Tempelherrn. Rächer, er sichtbar, sichtbar mich durchs Feuer trüg, von seinem Fittiche verweht. Ich also, ich hab einen Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen und meinen Engel. Nathan, Rächer wär es wert und wird an ihm nichts Schöneres sehen, als er an ihr. Rächer lächelnd, wem schmeichelt ihr, mein Vater? Wem? Dem Engel oder euch? Nathan, doch hätte auch nur ein Mensch, ein Mensch, wie die Natur sie täglich gewährt, dir diesen Dienst erzeigt. Er müsste für dich ein Engel sein. Er müsst und würde. Rächer, nicht so ein Engel. Nein, ein wirklicher. Es war gewiss ein wirklicher. Rächer, habt ihr, ihr selbst die Möglichkeit, dass Engel sind, dass Gott zum Besten derer, die ihn lieben, auch Wunder könne tun, mich nicht gelehrt? Ich lieb ihn, ja. Nathan, und er liebt dich und tut für dich und deinesgleichen stündlich Wunder. Ja, hat sie schon von aller Ewigkeit für euch getan. Rächer, das hör ich gern. Nathan, wie? Weil es ganz natürlich, ganz alltäglich klinge, wenn dich ein eigentlicher Tempelherr gerettet hätte, sollte es darum weniger ein Wunder sein? Der Wunder höchstes ist es, dass uns die wahren, echten Wunder so alltäglich werden können, werden sollen. Und dieses allgemeine Wunder hätte ein denkender, wohl schwerlich Wunder je genannt, was Kindern bloß so heißen müsste, die gaffend nur das Ungewöhnlichste, das Neueste nur verfolgen. Da ja zu Nathan. Wollt ihr denn, ihr ohne dem schon überspanntes Hirn, durch solche Subtilitäten ganz zersprengen? Nathan, lass mich. Meiner Rächer, wäre es Wunders nicht genug, dass sie einen Mensch gerettet, welchen selbst kein kleines Wunder erst retten müssen? Ja, kein kleines Wunder. Denn wer hat schon gehört, dass Saladin je eines Tempelherrn verschont, dass je ein Tempelherr von ihm verschont zu werden verlangt, gehofft, ihm je für seine Freiheit mehr als den lederen Gurt geboten, der sein Eisen schleppt und höchstens seinen Dolch. Rächer, das schließt für mich, mein Vater, darum eben war das kein Tempelherr, erschien es nur. Kommt kein gefangener Tempelherr je anders als zum gewissen Tode nach Jerusalem? Geht keiner in Jerusalem so frei umher? Wie hätte mich des Nachts freiwillig denn einer retten können? Nathan, sieh. Wie sinnreich. Jetzt, Daria, nimm das Wort. Ich hab es ja von dir, dass er gefangen hergeschickt ist worden. Ohne Zweifel weißt du mehr. Daria, nun ja, so sagt man freilich. Doch man sagt zugleich, dass Saladin den Tempelherrn begnadigt, weil er seiner Brüder einem, den er besonders lieb gehabt, so ähnlich sehe. Doch da ist viele zwanzig Jahre her, dass dieser Bruder nicht mehr lebt. Er hieß, ich weiß nicht wie. Er blieb, ich weiß nicht wo. So klingt das ja sogar, sogar unglaublich, dass an der ganzen Sache wohl nichts ist. Nathan, Aydaya. Warum wäre denn das so unglaublich? Doch wohl nicht, wie es wohl geschieht, um lieber etwas noch Unglaubliches zu glauben. Warum hätte Saladin, der sein Geschwister insgesamt so liebt, in jüngeren Jahren einen Bruder nicht noch ganz besonders lieben können? Pflegen sich zwei Gesichter nicht zu ähneln? Ist ein alter Eindruck ein Verlorener? Wirkt das Nämliche nicht mehr das Nämliche? Seit wann? Wo steckt hier das Unglaubliche? Ei, freilich, weise Daya, wär's für dich kein Wunder mehr. Und deine Wunder nur bedürf, verdienen, will ich sagen, glauben. Daya, ihr spottet. Nathan, weil du meiner spottest. Doch auch so noch, Recher, bleibe deine Rettung ein Wunder. Dem nur möglich, der die strengsten Entschlüsse, die unbändigsten Entwürfe, der Könige sein Spiel, wenn nicht sein Spott, gern an den schwächsten Fäden lenkt. Recher, mein Vater, mein Vater, wenn ich irre, ihr wisst, ich irre nicht gern. Nathan, vielmehr du lässt dich gern belehren, sieh, eine Stirn, so oder so gewölbt, der Rücken einer Nase, so, vielmehr als so geführet, Augenbrauen, die auf einem scharfen oder stumpfen Knochen so oder so sich schlängeln, eine Linie, ein Bug, ein Winkel, eine Falt, ein Mal. Ein Nichts auf eines wilden Europäers Gesicht. Und du entkömmst dem Feuer in Asien. Das wär kein Wunder, wundersüchtiges Volk. Warum bemüht ihr denn noch einen Engel? Daya, was schadet's, Nathan, wenn ich sprechen darf, bei alledem von einem Engel lieber als einem Menschen sich gerettet denken? Fühlt man der ersten unbegreiflichen Ursache seiner Rettung nicht sich so viel näher? Nathan, stolz. Und nichts als stolz. Der Topf von Eisen will mit einer silbernen Zange gern aus der Glut gehoben sein, um selbst ein Topf von Silber sich zu dünken. Pah! Und was es schadet, fragst du? Was es schadet? Was hilft es? Dürfte ich nur hinwieder fragen. Denn dein Sich-Gott-um-so-viel-näher-fühlen ist Unsinn oder Gotteslästerung. Allein es schadet. Ja, es schadet allerdings. Kommt, hört mir zu. Nicht wahr? Dem Wesen, das dich rettete, es sei ein Engel oder ein Mensch, dem möchtet ihr und du besonders gern wieder viele große Dienste tun. Nicht wahr? Nun, einem Engel, was für Dienste, für große Dienste könnt ihr dem wohl tun? Ihr könnt ihm danken, zu ihm seufzen, beten. Könnt in Entzückung über ihn zerschmelzen. Könnt an dem Tage seiner Feier Fasten, Almosen spenden. Alles nichts. Denn mich deucht immer, dass ihr selbst und euer Nächster hierbei weit mehr gewinnt als er. Er wird nicht fett durch euer Fasten, wird nicht reich durch eure Spenden, wird nicht herrlicher durch euer Entzücken, wird nicht mächtiger durch euer Vertrauen. Nicht wahr? Allein ein Mensch. Daher Ei, freilich, hat ein Mensch etwas für ihn zu tun und mehr Gelegenheit verschafft. Und Gott weiß, wie bereit wir dazu waren. Allein er wollte ja, bedurfte ja so völlig nichts. War in sich, mit sich so vergnügsam, als nur Engel sind, nur Engel sein können. Rächer Endlich, als er gar verschwand. Nathan Verschwand? Wie denn verschwand? Sich und an Palmen nicht ferner sehen ließ? Wie? Oder habt ihr wirklich schon ihn weiter aufgesucht? Daher Das nun wohl nicht. Nathan Nicht Daher Nicht Da sie Nun was schad Grausame Schwärmerin Wenn dieser Engel nun Nun krank geworden Rächer Krank Daher Krank Er wird doch nicht Rächer Welch kalter Schauer befällt mich Daher Meine Stirne Sonst so warm Fühl Ist auf einmal Eis Nathan Er ist ein Franke Dieses Klimas ungewohnt Ist jung Der harten Arbeit seines Standes Des Hungerns Wachens ungewohnt Rächer Krank Krank Daher Das wäre möglich Daher ein Mensch ins Feuer sich stürzte Auf und seht Nathan Der Der hat sterbend sich zu laben nichts als das Bewusstsein dieser Tat Daher Hört auf Ihr tötet sie Nathan Und du hast ihn getötet Aber wie viel Dicke ein muselmann mit die beladenen kamele Kennt ihr ihn Daher Ha Euer derwisch Nathan Wer Daher Euer derwisch Euer Schachgesell Nathan Al-Hafi Al-Hafi Das Al-Hafi Daher Jetzt des Sultans Schatzmeister Nathan Wie Al-Hafi Träumst du wieder Er ist's Wahrhaftig ist's Kommt auf uns zu Hinein mit euch Geschwind Was werd ich hören Dritter Auftritt Nathan Und der derwisch Derwisch Reißt nur die Augen auf Soweit ihr könnt Nathan Bist du's Bist du es nicht In dieser Pracht Ein derwisch Derwisch Nun Warum denn nicht Lässt sich aus einem derwisch denn nichts Gar nichts machen Nathan Ei wohl genug Ich dacht mir nur immer Der derwisch So der rechte derwisch Woll aus sich nichts machen lassen Derwisch Beim Propheten Dass ich kein Rechter bin Mag auch wohl wahr sein Zwar wenn man muss Nathan Muss derwisch Derwisch muss Kein Mensch muss müssen Und ein derwisch müsste Was müsste er denn Derwisch Worum man ihn recht bittet Und er für gut erkennt Das muss ein derwisch Nathan Bei unserem Gott Da sagst du wahr Lass dich umarmen Mensch Du bist doch noch mein Freund Derwisch Und fragt nicht erst Was ich geworden bin Nathan Trotzdem Was du geworden Derwisch Könnte ich nicht Ein Kerl im Staat geworden sein Das Freundschaft Euch ungelegen wäre Nathan Wenn dein Herz Noch derwisch ist So wag ich's drauf Der Kerl im Staat Ist nur dein Kleid Derwisch Das auch geehrt will sein Was meint ihr Ratet Was wäre ich an eurem Hofe Nathan Derwisch Weiter nichts Doch nebenher Wahrscheinlich Koch Derwisch Nun ja Mein Handwerk Bei euch zu verlernen Koch Nicht Kellner Auch gesteht Gesteht dass Saladin Mich besser kennt Schatzmeister Bin ich bei ihm geworden Nathan Du Bei ihm Derwisch Versteht Des kleinen Schatzes Denn des Größern Waltet sein Vater noch Des Schatzes für sein Haus Nathan Sein Haus ist groß Derwisch Und größer als ihr glaubt Denn jeder Bettler Ist von seinem Hause Nathan Doch ist den Bettlern Saladin so Feind Derwisch Dass er mit Stumpf Und Stil Sie zu vertilgen Sich vorgesetzt Und sollte er selbst Darüber zum Bettler werden Nathan Brav So meine ich's eben Derwisch Er ist's auch schon Trotz einem Denn sein Schatz Ist jeden Tag Mit Sonnenuntergang Viel leerer noch Als leer Die Flut So hoch sie morgens Eintritt Ist es mittags Längst verlaufen Nathan Weil Kanäle Sie zum Teil verschlingen Die zu füllen Oder zu verstopfen Gleich unmöglich ist Derwisch Getroffen Nathan Ich kenne das Derwisch Es taugt nun freilich nichts Wenn Fürsten Geier unter Esern sind Doch sind die Eser Unter Geiern Taugt's noch Zehnmal weniger Nathan Oh nicht doch Derwisch Nicht doch Derwisch Ihr habt gut reden Kommt an Was gebt ihr mir So dreht ich meine Stell euch ab Nathan Es bringt dir deine Stelle Derwisch Mir Nicht viel Doch euch Euch kann sie trefflich Wuchern Denn ist es App im Schatz Wie öfters ist So zieht ihr eure Schleusen auf Schießt vor Und nehmt an Zinsen Was euch nur gefällt Nathan Auch Zins Vom Zins der Zinsen Derwisch Freilich Nathan Bis mein Kapital zu lauter Zinsen wird Derwisch Das lockt euch nicht So schreibt unsere Freundschaft nur gleich den Scheidebrief Denn wahrlich habe ich sehr auf euch gerechnet Nathan Wahrlich Wie denn so Wieso denn Derwisch Dass ihr mir mein Amt mit Ehren würdet führen helfen Dass ich allzeit offene Kasse bei euch hätte Ihr schüttelt Nathan Nun Verstehen wir uns nur recht Hier gibt's zu unterscheiden Du Warum nicht du Al-Hafi Derwisch Ist zu allem was ich vermag Mir stets willkommen Aber Al-Hafi Deftada Das ist ein Großschatzmeister Des Saladin Der Dem Derwisch Erred ich's nicht Dass ihr doch immer so gut als klug So klug als weise seid Geduld Was ihr am Hafi unterscheidet Soll bald geschieden wieder sein Seht da das Ehrenkleid Das Saladin mir gab Ehe es verschossen ist Ehe es zu Lumpen geworden Wie sie einen Derwisch kleiden Hängt's in Jerusalem am Nagel Und ich bin am Ganges Wo ich leicht und barfuß Den heißen Sand mit meinen Lehrern trete Nathan Dir ähnlich genug Derwisch Und Schach mit ihnen spiele Nathan Dein höchstes Gut Derwisch Denk nur Was mich verführte Damit ich selbst nicht länger betteln dürfte Den reichen Mann mit Bettlern spielen könnte Vermögend wär Im Hui Den reichsten Bettler In einen armen Reichen zu verwandeln Nathan Das nun wohl nicht Derwisch Weit etwas Abgeschmacktes Ich fühlte mich zum ersten Mal geschmeichelt Durch Saladins gutherzgen Wahn geschmeichelt Nathan Derwisch Derwisch Ein Bettler wisse nur Wie Bettlern zumute sei Ein Bettler habe nur gelernt Mit guter Weise Bettlern geben Dein Vorfahr Sprach er War mir viel zu kalt Zu rau Er gab so unhold wenn er gab Er kundigte so ungestürm sich erst nach dem Empfänger Nie zufrieden Dass er nur Mangel kenne Wollte er auch des Mangels Ursach wissen Um die Gabe Nach dieser Ursach filzig abzuwägen Das wird Al-Hafi nicht So unmild mild Wird Saladin im Hafi nicht erscheinen Al-Hafi gleicht verstopften Röhren nicht Die ihre klar und still empfangenen Wasser So unrein und so sprudelnd wiedergeben Al-Hafi denkt Al-Hafi fühlt wie ich So lieblich klang des Voglers Pfeife Bis der Gimpel in dem Netze war Ich Gag Ich eines Gaggen Gag Nathan Gemach mein Derwisch Gemach Derwisch Ei was Es wär nicht Gackerei Bei Hunderttausenden Die Menschen drücken Ausmerkeln Blündern Martern Würgen Und ein Menschenfreund An Einzelnen scheinen wollen Es wär nicht Gagerei Sei des höchsten milde Die Sonderauswahl über Bös und Gute Und Flur und Wüstenei In Sonnenschein und Regen sich verbreitet nachzuäffen Und nicht des höchsten immer volle Hand zu haben Was Es wär nicht Gäckerei Nathan Genug Hör auf Derwisch Lasst meiner Gäckerei mich doch nur auch erwähnen Was Es wäre nicht Gäckerei An solchen Gäckereien Die gute Seite dennoch auszuspüren Um Anteil Dieser guten Seite wegen An dieser Gäckerei zu nehmen Das nicht Nathan Al-Hafi Mache, dass du bald in deine Wüste wiederkommst Ich fürchte Gerade unter Menschen Möchtest du ein Mensch zu sein verlernen Derwisch Recht Das fürchte ich auch Lebt wohl Nathan So hastig Warte doch, Al-Hafi Entläuft dir denn die Wüste Warte doch Dass er mich hörte Hey Al-Hafi Hier Weg ist er Und ich hätte ihn doch sehr gern Nach unserem Tempelherrn gefragt Vermutlich, dass er ihn kennt Vierter Auftritt Daya Eilig herbei Nathan Daya Oh Nathan 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 Was gibt's Daya Er lässt sich wieder sehen Er lässt sich wieder sehen Nathan Wer Daya Wer Daya Er 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 Wann lässt sich der nicht sehen Ja so Nur eurer er heißt er Das sollt er nicht Und wenn er auch ein Engel wäre nicht Daya Er wandelt untern Palmen wieder auf und ab Und bricht von Zeit zu Zeit sich Datteln Nathan Sie essend Und als Tempelherr Daya Was quält er mich Ihr gierig Aug erriet ihn hinter den dicht verschränkten Palmen schon Und folgt ihm unverrückt Sie lässt euch bitten Euch beschwören Ungesäumt ihn anzugehen O Eilt Sie wird euch aus dem Fenster winken Ob er hinauf geht Oder weiter ab sich schlägt O Eilt Nathan So wie ich vom Kamele gestiegen Schickt sich das Geh Eile du ihm zu Und meld ihm meine Wiederkunft Gib Acht Der Biedermann hat nur mein Haus In meinem Abseil nicht betreten wollen Und kommt nicht ungern Wenn der Vater selbst ihn laden lässt Geh Sag ich lass ihn bitten Ihn herzlich bitten Daya All umsonst Er kommt euch nicht Denn kurz Er kommt zu keinem Juden Nathan So geh Geh wenigstens ihn anzuhalten Ihn wenigstens Mit deinen Augen zu begleiten Geh Ich komme gleich dir nach Nathan Eilet hinein Und Daya heraus Fünfter Auftritt Szene Ein Platz mit Palmen Unter welchen der Tempelherr Auf und nieder geht Ein Klosterbruder Folgt ihm in einiger Entfernung Von der Seite Immer als ob er ihn anreden wolle Tempelherr Der folgt mir nicht vor Langeweile Sieh Wie schielt er nach den Händen Guter Bruder Ich kann euch wohl Vater nennen, nicht? Klosterbruder Nur Bruder Nur Bruder Leinbruder nur Zu dienen Tempelherr Ja, guter Bruder Wer nur selbst was hätte Bei Gott Bei Gott ich habe nichts Klosterbruder Und doch recht warmen Dank Gott geb euch tausendfach Was ihr gern geben wolltet Denn der Wille und nicht die Gabe Macht den Geber Auch wart ich dem Herrn Almosens wegen gar nicht nachgeschickt Tempelherr Doch aber nachgeschickt Klosterbruder Ja, aus dem Kloster Tempelherr Wo ich eben jetzt ein kleines Pilgermal zu finden hoffte Klosterbruder Die Tische waren schon besetzt Komm aber der Herr nun wieder mit zurück Tempelherr Wozu? Ich habe Fleisch wohl lange nicht gegessen Allein was tut's Die Datteln sind ja reif Klosterbruder Nehmt sich der Herr in Acht mit dieser Frucht Zu viel Genossen taugt sie nicht Verstopft die Milz Macht melancholisches Geblüt Tempelherr Wenn ich nun melancholisch gern mich fühlte Doch dieser Warnung wegen Wordet ihr mir doch nicht nachgeschickt Klosterbruder Oh nein Ich soll mich nur nach euch erkunden Auf den Zahn euch fühlen Tempelherr Und das sagt ihr mir so selbst? Klosterbruder Warum nicht? Tempelherr Ein verschmitzter Bruder Hat das Kloster euresgleichen mehr? Klosterbruder Weiß nicht Ich muss gehorchen, lieber Herr Tempelherr Und da gehorcht ihr denn auch Ohne viel zu klügeln? Klosterbruder Wär's sonst gehorchen, lieber Herr? Tempelherr Dass doch die Einfalt immer recht behält Ihr dürft mir doch wohl auch vertrauen Wer mich gern genauer kennen möchte Dass ihr selbst nicht seid Will ich wohl schwören Klosterbruder Ziemte mir's Und frommte mir's? Tempelherr Wem ziemt und frommt es denn, dass er so neubigierig ist? Wem denn? Klosterbruder Dem Patriarchen muss ich glauben, denn Der sandte mich euch nach Tempelherr Der Patriarch Kennt der das rote Kreuz auf weißem Mantel nicht besser? Klosterbruder Kennt ja ich's Tempelherr Nun, Bruder Nun Ich bin ein Tempelherr und ein Gefangener Setz ich hinzu Gefangen bei Tednin Der Burg Die mir des Stillstands letzter Stunde Wir gern erstiegen hätten Um so dann auf Sidon loszugehen Setz ich hinzu Selbst zwanzigster gefangen Und allein vom Saladin begnadigt So weiß der Patriarch, was er zu wissen braucht Mehr, als er braucht Klosterbruder Wohl aber schwerlich mehr, als er schon weiß Er wüsst auch gern, warum der Herr vom Saladin begnadigt worden Er ganz allein Tempelherr Weiß ich dasselber? Schon den Hals entblößt kniete ich auf meinem Mantel Den Streich erwartend Als mich schärfer Saladin ins Auge fasst Mir näher springt und winkt Man hebt mich auf, ich bin entfesselt Will ihm danken Sehe sein Aug in Tränen Stumm ist er Bin ich Er geht, ich bleibe Wie nun das zusammenhängt Enträtsel sich der Patriarche selbst Klosterbruder Er schließt daraus, dass Gott zu großen Großen Dingen euch missaufbehalten haben Tempelherr Ja, zu großen Ein Judenmädchen aus dem Feuer zu retten Auf Sinai neugierige Pilger zu geleiten Und der gleichen mehr Klosterbruder Wird schon noch kommen Ist inzwischen auch nicht übel Vielleicht hat selbst der Patriarch bereits weit wichtige Geschäfte für den Herrn Tempelherr So Meint ihr, Bruder Hat er gar euch schon was merken lassen? Klosterbruder Ah, jawohl Ich soll den Herrn nur erst ergründen, ob er so der Mann wohl ist Tempelherr Nun ja Er gründet nur Ich will doch sehen, wie der er gründet Nun Klosterbruder Das Kürzte wird wohl sein, dass ich den Herrn ganz geradezu des Patriarchen Wunsch eröffne Tempelherr Wohl Klosterbruder Er hätte durch den Herrn ein Briefchen gern bestellt Tempelherr Durch mich Ich bin kein Bote Das, das wäre das Geschäft, das weit glorreicher sei, als Judenmädchen dem Feuer entreißen Klosterbruder Muss doch wohl Denn, sagt der Patriarch An diesem Briefchen sei der ganzen Christenheit sehr viel gelegen Dies Briefchen wohl bestellt zu haben, sagt der Patriarch Wird einst im Himmel Gott mit einer ganz besonderen Krone lohnen Und dieser Krone, sagt der Patriarch Sei niemand würdiger als mein Herr Tempelherr Als ich Klosterbruder Denn diese Krone zu verdienen, sagt der Patriarch Sei schwerlich jemand auch geschickter als mein Herr Tempelherr Als ich Klosterbruder Er sei hier frei Er sei hier frei, können überall sich hier besehen Versteh, wie eine Stadt zu stürmen und zu schirmen Könne, sagt der Patriarch Die Stärk und Schwäche der von Saladin neu aufgeführten innern zweiten Mauer am besten schätzen Sie am deutlichsten den Streitern Gottes, sagt der Patriarch, beschreiben Tempelherr Guter Bruder Wenn ich doch nun auch des Briefchens näheren Inhalt wüsste Klosterbruder Ja, den Den weiß ich nun wohl nicht so recht Das Briefchen aber ist an König Philipp Der Patriarch Ich hab mich oft gewundert, wie doch ein Heiliger, der sonst so ganz im Himmel lebt, zugleich so unterrichtet von Dingen dieser Welt zu sein, herab sich lassen kann Es muss ihm sauer werden Tempelherr Nun dann, der Patriarch Klosterbruder Weiß ganz genau, ganz zuverlässig, wie und wo, wie stark, von welcher Seite Saladin im Fall es völlig wieder losgeht, seinen Feldzug eröffnen wird Tempelherr Das weiß er Klosterbruder Ja, und möchte es gern dem König Philipp wissen lassen Damit er ungefähr ermessen könne Ob die Gefahr denn gar so schrecklich Und mit Saladin den Waffenstillstand Den euer Orden schon so brav gebrochen Es koste, was es wolle Wieder herzustellen Tempelherr Welch ein Patriarch Ja, so Der liebe tapfere Mann Will mich zu keinem gemeinen Boten Will mich zum Spion Sagt eurem Patriarchen, guter Bruder So viel ihr mich ja gründen können Wäre das meine Sache nicht Ich müsste mich noch als Gefangenen betrachten Und Der Tempelherrn einziger Beruf Sei mit dem Schwerte drein zu schlagen Nicht Kundschafterei zu betreiben Klosterbruder Dachte ich's doch Will's auch dem Herrn nicht eben sehr verübeln Zwar kommt das Beste noch Der Patriarch hiernachst hat ausgegattert Wie die Feste sich nennt Und wo auf Libanon sie liegt In der die ungeheuren Summen stecken Mit welchen Saladins vorsichtiger Vater Das Heer besoldet Und die Zurüstung des Krieges bestreitet Saladin verfügt von Zeit zu Zeit Auf abgelegenen Wegen Nach dieser Feste sich Nur kaum begleitet Ihr merkt doch Tempelherr Nimmermehr Klosterbruder Was wäre da wohl leichter Als des Saladins sich zu bemächtigen Den Gar aus ihm zu machen Der schaudert Oh es haben schon ein paar Gottesfürchtige Maroniten sich erboten Wenn nur ein wackerer Mann sie führen wollte Das Stück zu wagen Tempelherr Und der Patriarch Hätt auch zu diesem wackern Manne mich ersehen Klosterbruder Er glaubt Dass König Philipp wohl von Ptolemais Aus die Hand hierzu am besten bieten könne Tempelherr Mir Mir Bruder Mir Habt ihr nicht gehört Nur erst gehört Was für Verbindlichkeit dem Saladin ich habe Klosterbruder Wohl hab ich's gehört Tempelherr Und doch Klosterbruder Ja Meint der Patriarch Das wär schon gut Gott aber Und der Orden Tempelherr Ändern nichts Gebieten mir kein Bubenstück Klosterbruder Gewiss nicht Nur Meint der Patriarch Sei Bubenstück vor Menschen Nicht auch Bubenstück vor Gott Tempelherr Ich wär dem Saladin mein Leben schuldig Und raubt ihm seines Klosterbruder Klosterbruder Pfui Willen nicht geschehen Und da verlauten wolle Meint der Patriarch Dass euch nur darum Saladin begnadet Weil ihm in euer Mien In eurem Wesen So was von seinem Bruder Eingeleuchtet Tempelherr Auch dieses Deine Galle nicht Geht Geht Klosterbruder Ich geh Und geh vergnügter Als ich kam Verzeihe mir der Herr Wir Klosterleute sind schuldig Unseren obern zu gehorchen Sechster Auftritt Der Tempelherr Der Tempelherr und Daya Die den Tempelherrn schon eine Zeitlang von Weitem beobachtet hatte Und sich nun ihm nähert Daya Der Klosterbruder wie mich düngt Die sind der besten Launen ihm nicht Doch muss ich mein Paket nur wagen Tempelherr Nun vortrefflich Lügt das Sprichwort wohl Dass Mönch und Weib Und Weib und Mönch des Teufels beide Krallen sind Er wirft mich heute aus einer in die andere Daya Was sehe ich? Edler Ritter euch Gott Dank Gott tausend Dank Wo habt ihr denn die ganze Zeit gesteckt? Ihr seid doch wohl nicht krank gewesen? Tempelherr Nein Daya Gesund doch Tempelherr Ja Daya Wir waren euretwegen wahrlich ganz bekümmert Tempelherr So Daya Ihr wart gewiss verreist Tempelherr Erraten Daya Und kamt erst heute wieder? Tempelherr Gestern Daya Auch Rechers Vater ist heute angekommen Und nun darf Recher doch wohl hoffen Tempelherr Was? Daya Warum sie euch so öfters bitten lassen? Ihr Vater ladet euch nun selber bald aufs Tringlichste Er kommt von Babylon mit 20 hochbeladenen Kamelen Und allem was an edlen Spezereien, an Steinen und Stoffen Indien und Persien und Syrien-Garsina kostbares nur gewahren Tempelherr Tempelherr Kaufe nichts Daya Was hat in diesem Augenblick nicht er alles euch getan gegeben? Tempelherr Dass ich nur darum meinem Ehemal nach Palästina folgen wird Um da ein Judenmädchen zu erziehen Es war mein lieber Egemal Ein edler Knecht In Kaiser Friedrichs Heere Tempelherr Von Geburt ein Schweizer Dem die Ehr und Gnad ward Mit seiner kaiserlichen Majestät In einem Flusse zu ersaufen Weib Wie vielmal habt ihr mir das schon erzählt? Hört ihr denn gar nicht auf, mich zu verfolgen? Daher Verfolgen, lieber Gott Tempelherr Ja, ja, verfolgen Ich will nun einmal euch nicht weitersehen Nicht hören Will von euch an eine Tat nicht fort und fort erinnert sein Bei der ich nichts gedacht Die, wenn ich drüber denke Zum Rätsel von mir selbst mir wird Zwar möchte ich sie nicht gern bereuen Aber seht Ereignet so ein Fall sich wieder Ihr seid schuld Wenn ich so rasch nicht handle Wenn ich mich vorher erkund und brennen lasse Was brennt Daher Bewahre Gott Tempelherr Von heut an tut mir den Gefallen wenigstens Und kennt mich weiter nicht Ich bitte euch drum Auch lasst den Vater mir vom Halse Jud ist Jude Ich bin ein plumper Schwab Des Mädchens Bild ist längst aus meiner Seele Wenn es je da war Daher Doch eures ist aus ihrer nicht Tempelherr Was soll's nun aber da Was soll's Daher Wer weiß Die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen Tempelherr Doch selten etwas Bessers Er geht Daher Wartet doch Was eilt ihr Tempelherr Weib Macht mir die Palmen nicht verhasst Wohnt er ich so gern sonst wandle Daher So geh du deutscher Bär So geh Und doch muss ich die Spur des Tieres nicht verlieren Sie geht ihm von Weitem nach Zweiter Aufzug Erster Auftritt Szene Des Sultans Palast Saladin und Sita Spielen Schach Sita Wo bist du Saladin Wie spielst du heut Saladin Nicht gut Ich dächte doch Sita Für mich Und kaum Nimm diesen Zug zurück Saladin Warum Sita Der Springer wird unbedeckt Saladin Ist wahr Nun so Sita So zieh Ich in die Gabel Saladin Wieder wahr Schachtern Sita Was hilft dir das Ich setze vor Und du bist Wie du warst Saladin Aus dieser Klemme Seh ich wohl Ist ohne Buße Nicht zu kommen Max Nimm den Springer nur Sita Ich will ihn nicht Ich gehe vorbei Saladin Du schenkst mir nichts Dir liegt an diesem Platze mehr Als an dem Springer Sita Kann sein Saladin Mach deine Rechnung Nur nicht ohne den Wirt Denn sie Was gilt's Das Was warst du nicht vermuten Sita Freilich nicht Wie konnte ich auch vermuten Dass du deiner Königin So müde wärst Saladin Ich meiner Königin Sita Ich seh nun schon Ich soll heute meine tausend Dinar Kein Nazarenchen Was ist deine kleine Silbermünze Mehr gewinnen Saladin Wieso Sita Frag noch Weil du mir mit Fleiß Mit aller Gewalt Verlieren willst Doch dabei find ich Meine Rechnung nicht Denn außer Dass ein solches Spiel Das unterhaltenste nicht ist Gewann ich immer nicht Am meisten mit dir Wenn ich verlor Wann hast du mir den Satz Mich des verlorenen Spiels Wegen zu trösten Doppelt nicht hernach geschenkt Saladin Eisi So hättest du ja wohl Wenn du verlorst Mit Fleiß verloren Schwesterchen Sita Zum wenigsten kann gar wohl sein Dass deine Freigebigkeit Mein liebes Brüderchen Schuld ist Dass ich nicht besser spielen lerne Saladin Wir kommen ab vom Spiele Mach ein Ende Sita So bleibt es Nun dann Schach Und doppelt Schach Saladin Nun freilich Dieses Abschach Hab ich nicht gesehen Was meine Königin Zugleich mit niederwirft Sita War dem noch abzuhelfen Lass sehen Saladin Nein, nein Nimm nur die Königin Ich war mit diesem Steine Nie recht glücklich Sita Bloß mit dem Steine Saladin Fort damit Das tut mir nichts Denn so ist alles Wiederum geschützt Sita Wie höflich man mit Königinnen Verfahren müsse Hat mein Bruder Mich zu wohl gelehrt Sie lässt sie stehen Sie lässt sie stehen Saladin Nimm oder nimm sie nicht Ich habe keine mehr Sita Wozu sie nehmen Schach Schach Saladin Nur weiter Sita Schach Und Schach Und Schach Saladin Und Matt Dem Iman Dem Iman Denn gespielt Doch was Verlust will Vorwand Nicht die ungeformten Steine Sita Sins Die mich verlieren Machten Deine Kunst Dein ruhiger Und schneller Blick Sita Auch so willst du den Stachel Des Verlust Des Verlusts nur stumpfen Genug Du warst zerstreut Und mehr als ich Saladin Als du Was hätte dich zerstreut Sita Deine Zerstreuung Freilich nicht O Saladin Wann werden wir so fleißig Wiederspielen Saladin So spielen wir Umso viel gieriger Ach Weil es wieder losgeht Meinst du Max Nur zu Ich habe nicht zuerst gezogen Ich hätte gern den Stillstand Aufs Neue verlängert Hätte meiner Sita gern Gern einen guten Mann Zugleich verschafft Und das muss Richards Bruder sein Er ist ja Richards Bruder Sita Wenn du deinen Richard Nur loben kannst Saladin Wenn unserem Bruder Melek Dann Richards Schwester Wäre zuteile worden Ha Welch ein Haus zusammen Ha Der ersten Der besten Häuser In der Welt Das Beste Du hörst Ich bin Mich selbst zu loben Auch nicht faul Ich denke mich Meiner Freunde wert Das hätte Menschen Geben sollen Das Sita Habe ich des schönen Traums Nicht gleich gelacht Du kennst die Christen nicht Willst sie nicht kennen Ihr Stolz ist Christen sein Nicht Menschen Denn selbst das Was noch von ihrem Stifter her Mit Menschlichkeit Den Aberglauben würzt Das lieben sie Nicht weil es menschlich ist Weil es Christus lehrt Weil es Christus hat getan Wohl ihnen Dass er ein so guter Mensch noch war Wohl ihnen Dass sie seine Tugend Auf Treu und Glaube nehmen können Doch was Tugend Seine Tugend nicht Sein Name soll überall Verbreitet werden Soll den Namen Aller guten Menschen Schänden Verschlingen Um den Namen Um den Namen Ist es ihnen nur zu tun Saladin Du meinst Warum sie sonst verlangen würden Dass auch ihr Auch du und Melek Christen hießet Er als Ehegemal Ihr Christen lieben wolltet Sita Jawohl Als wäre von Christen nur Als Christen Die Liebe zu gewärtigen Womit der Schöpfer Mann und Männen Ausgestattet Saladin Die Christen glauben Mehr Armseligkeiten Als dass sie die Nicht auch noch glauben könnten Und gleichwohl Irrst du dich Die Tempelherren Die Christen nicht Sind schuld Sind nicht als Christen Als Tempelherren schuld Durch die allein Wird aus der Sache nichts Sie wollen Acker Dass Richards Schwester Unser Bruder Melek Zum Brautschatz bringen musste Schlechterdings nicht fahren lassen Dass des Ritters Vorteil Gefahr nicht laufe Spielen sie den Mönch Den albernen Mönch Und ob vielleicht Im Fluge Ein guter Streich gelänge Haben sie des Waffenstillestandes Ablauf kaum erwarten können Lustig Nur so weiter Ihr Herrn Nur so weiter Mir schon recht Wäre alles sonst nur Wie es müsste Sita Nun Was irrte dich denn sonst Was könnte sonst Dich aus der Fassung bringen Saladin Was von je mich immer Aus der Fassung hat gebracht Ich war auf Libanon Bei unserem Vater Er unterliegt den Sorgen noch Sita Oh weh Saladin Er kann nicht durch Es klemmt sich aller Orten Es fehlt bald da Bald dort Sita Was klemmt Was fehlt Saladin Was sonst No fein viel ist Saladin Hast du Nachricht Alhafi Ich Ich nicht Ich denke Dass ich sie hier In Empfang soll nehmen Saladin Zahl an Sita 1000 Dinare In Gedanken In Gedanken hin und her Gehend Alhafi Zahl anstatt Empfang Oh schön Das ist für was noch weniger als nichts An Sita Wiederum an Sita Und Verloren Wiederum im Schach verloren Da steht es noch Das Spiel Sita Du gönnst mir doch mein Glück Alhafi Das Spiel betrachtend Was gönn Wenn Ihr wisst ja wohl Sita ihm winkend Psst Alhafi Noch auf das Spiel gerichtet Gönnt's euch nur selber erst Sita Alhafi Psst Alhafi Zu Sita Die Weißen waren euer Ihr betet Schach Sita Gut, dass er nichts gehört Alhafi Nun ist der Zug an ihm Sita ihm nähertretend So sage doch, dass ich mein Geld bekommen kann Alhafi noch auf das Spiel geheftet Nun ja Ihr sollt's bekommen, wie ihr's stets bekommen Sita Wie? Bist du toll? Alhafi Das Spiel ist ja nicht aus Ihr habt ja nicht verloren, Saladin Saladin kaum hinhörend Doch, doch Bezahl Bezahl Alhafi Bezahl, bezahl Da steht ja eure Königin Saladin Noch so Gilt nicht Gehört nicht mehr ins Spiel Sita So mach und sag, dass ich das Geld mir nur kann holen lassen Alhafi Alhafi noch immerhin das Spiel vertieft Versteht sich So wie immer Wenn auch schon Wenn auch die Königin nichts gilt Ihr seid, ihr seid doch darum noch nicht matt Saladin tritt hinzu und wirft das Spiel um Ich bin es Will es sein Alhafi Alhafi Wer Bei einem Bruder sich verbitten wollen Will sie weder dir, meinem Bruder, noch Hafi, noch der Kasse schenken Alhafi Ja Wenn's das nur wäre, das Sita Und mehr dergleichen Auch das ist in der Kasse stehen geblieben Was du mir einmal ausgeworfen Ist seit wenig Monaten stehen geblieben Alhafi Noch nicht alles Saladin Noch nicht Wirst du reden? Alhafi Seit aus Ägypten wir das Geld erwarten, hat sie Sita zu Saladin Wozu ihn hören? Alhafi Nicht nur nichts bekommen Saladin Gutes Mädchen Auch bei Hermit vorgeschossen, nicht? Alhafi Den ganzen Hof erhalten Euren Aufwand ganz allein bestritten Saladin Ha Das Das ist meine Schwester Sie umarmt Sita Wer hatte dies zu können, mich so reich gemacht Als du, mein Bruder Alhafi Wird schon auch so bettelarm Sie wieder machen Als er selber ist Saladin Ich Arm Der Bruder Arm Wenn hab ich mehr, wenn weniger gehabt Und kann nichts fehlen Und kann nichts fehlen Aber ihm Ein Schwert Ein Schwert Ein Schwert muss ich doch haben Nun Nur Alhafi Sita Das kleinste Reichtum Ganz recht Ja Als im Guten Diesen Mann nie gehört Damit er stets Türen klopfen Betrügen Die keinen mindern Von den Straßen Von den Straßen Saladin Saladin Sei denn Sei denn wie ihm wolle Der Jud sei mehr oder weniger als Jud Ist er nur reich Genug für uns Saladin Du willst ihm aber doch das Seine mit Gewalt nicht nehmen, Schwester Sita Ja, was heißt bei dir Gewalt Mit Feuer und Schwert Nein, nein Was braucht es bei den Schwachen für Gewalt als ihre Schwäche Komm vor, jetzt nur mit in meinen Haaren Eine Sängerin zu hören, die ich gestern erst gekauft Es reift indes bei mir vielleicht ein Anschlag Den ich auf diesen Nathan habe Komm Vierter Auftritt Szene vor dem Hause des Nathan Wo es an die Palmen stößt Rächer und Nathan kommen heraus Zu ihnen daher Rächer Ihr habt euch sehr verweilt, mein Vater Er wird kaum noch mehr zu treffen sein Nathan Nun, nun Wenn hier Hier und an Palmen schon nicht mehr Doch anderwärts Sei jetzt nur ruhig Sieh Kommt dort nicht daher auf uns zu? Rächer Sie wird ihn ganz gewiss verloren haben Nathan Auch wohl nicht Rächer Sie würde sonst geschwinder kommen Nathan Sie hat uns wohl noch nicht gesehen Rächer Nun sieht sie uns Nathan Und doppelt ihre Schritte Sie Sei doch nur ruhig Rächer Wolltet ihr wohl eine Tochter, die hier ruhig wäre? Sich unbekümmert ließe, wessen Wohltal Ihr Leben sei Ihr Leben, das ihr nur so lieb, weil sie es euch zuerst verdanket? Nathan Ich möchte dich nicht anders, als du bist Auch wenn ich wüsste, dass in deiner Seele ganz etwas anders noch sich rege Rächer Rächer Was, mein Vater? Nathan Nathan Nichts mehr hiervon Das ein für allemal ist abgetan Da ist ja Daya Nun Daya Noch wandelt er hier unter Palmen Und wird gleich um jene Mauer kommen Seht, da kommt er Rächer Ach Und scheint unentschlossen wohin Ob weiter, ob hinab, ob rechts, ob links Daya Nein, nein, er macht den Weg ums Kloster gewiss noch öfter Und dann muss er hier vorbei Was gilt's? Rächer Recht, recht Hast du ihn schon gesprochen? Und wie ist er heut? Daya Wie immer Nathan So macht nur, dass er euch hier nicht gewahr wird Tretet mehr zurück Geht lieber ganz hinein Rächer Nur einen Blick noch Ach, die Hecke, die mir ihn stiehlt Daya Kommt, kommt Der Vater hat ganz recht Ihr lauft Gefahr, wenn er euch sieht Dass auf der Stelle er umkehrt Rächer Ach, die Hecke Nathan Und kommt er plötzlich dort aus ihr hervor So kann er anders nicht Er muss euch sehen Drum geht doch nur Daya Kommt, kommt Ich weiß ein Fenster Aus dem wir sie bemerken können Rächer Ja Beide hinein Fünfter Auftritt Nathan Und bald darauf der Tempelherr Nathan Fast scheue ich mich des Sonderlings Fast macht mich seine raue Tugend stutzen Das ein Mensch Doch einen Menschen so verlegen soll machen können Ha, er kommt Bei Gott Ein Jüngling wie ein Mann Ich mag ihn wohl Den guten trotzken Blick Den drallen Gang Die Schale kann nur bitter sein Der Kern ist sicher nicht Wo sah ich doch dergleichen Verzeiht, edler Franke Tempelherr Tempelherr Nathan Erlaubt Tempelherr Was, Jude Was Nathan Dass ich mich unterstehe, euch anzureden Tempelherr Kann ich's wehren Doch nur kurz Nathan groß groß und abscheulich doch die wendung lässt sich denken die bescheidene größe flüchtet sich hinter das abscheuliche um der bewunderung auszuweichen aber wenn sie so das opfer der bewunderung verschmäht was für ein opfer denn verschmäht sie minder ritter wenn ihr hier nicht fremd und nicht gefangen wäre würde ich euch so dreist nicht fragen sagt befehlt womit kann man euch dienen tempel herr ihr mit nichts nathan ich bin ein reicher mann tempel herr der reichere jude war mir nie der bessere jude nathan dürfte denn darum nicht nützen was dem ungeachtet er besseres hat nicht seinen reichtum nützen tempel herr nun gut das will ich euch nicht ganz verreden um meines mantels willen nicht sobald der ganz und gar verschlissen weder stich noch fetze länger halten will komme ich und borge mir bei euch zu einem neuen tuch oder geld seht nicht mit 1 so finster noch seid ihr sicher noch ist nicht so weit mit ihm ihr seht er ist so ziemlich noch im stande nur der eine zipfel da hat einen gastgen fleck er ist versenkt und das bekam er als ich eure tochter durchs feuer trug nathan der nach dem zipfel greift und ihn betrachtet es ist doch sonderbar dass so ein böser fleck dass so ein brandmal dem mann ein besseres zeugnis redet als sein eigener mund ich möchte ihn küssen gleich den flecken ach verzeiht ich tat es ungern tempel herr was nathan eine träne fiel darauf tempel herr tod nichts er hat der tropfen mehr bald aber fängt mich dieser jut an zu verwirren nathan wärt ihr wohl so gut und schickt euren mantel auch einmal meine mädchen tempel herr was damit nathan auch ihren mund auf diesen fleck zu drücken denn eure knie selbst zu umfassen wünscht sie nun wohl vergebens tempel herr aber jude ihr heißt nathan aber nathan ihr setzt eure worte sehr sehr gut sehr spitz ich bin betreten allerdings ich hätte nathan stellt und verstellt euch wie ihr wollt ich finde auch hier euch aus ihr wart zu gut zu bieder um höflicher zu sein das mädchen ganz gefühl der weibliche gesandte ganz dienstfertigkeit der vater weit entfernt ihr trugt für ihren guten namen sorge floht ihre prüfung floht um nicht zu siegen auch dafür danke ich euch tempel herr ich muss gestehen ihr wisst wie tempel herr denken sollten nathan nur tempel herr sollten bloß und bloß weil es die ordensregeln so gebieten ich weiß wie gute menschen denken weiß dass alle länder gute menschen tragen tempel herr mit unterschied doch hoffentlich nathan jawohl an farb an kleidung an gestalt verschieden tempel herr auch hier bald mehr bald weniger als dort nathan mit diesem unterschied ist nicht weit her der große mann braucht überall viel boden und mehrere zu nah gepflanzt zerschlagen sich nur die äste mittelgut wie wir findet sich hingegen überall in menge nur muss der eine nicht den anderen mäkeln nur muss der knor den knuppen hübsch vertragen nur muss ein gipfelchen sich nicht vermessen dass es allein der erde nicht entschossen tempel herr sehr wohl gesagt doch kennt ihr auch das volk dass diese menschen mäkelei zuerst getrieben wisst ihr nathan welches volk zuerst das auserwählte volk sich nannte wie wenn ich dieses volk nun zwar nicht haste doch wegen seines stolzes zu verachten mich nicht entbrechen könnte seines stolzes denn es auf christ und muselmann vererbte nur sein gott sei der rechte gott ihr stutzt dass ich ein christ ein tempel herr so rede wann hat und wo die fromme raserei den bessern gott zu haben diesen bessern der ganzen welt als besten aufzudringen in ihrer schwärzesten gestalt sich mehr gezeigt als hier als jetzt wem hier wem jetzt die schuppen nicht vom auge fallen doch sei blind wer will vergesst was ich gesagt und lasst mich will gehen nathan ha ihr wisst nicht wie viel fester ich nun mich an euch drängen werde kommt wir müssen müssen freunde sein verachtet mein volk so sehr ihr wollt wir haben beide uns unser volk nicht auserlesen sind wir unser volk was heißt denn volk sind christ und jude eher christ und jude als mensch ach wenn ich einen mehr in euch gefunden hätte dem es genügt ein mensch zu heißen tempel herr ja bei gott das habt ihr nathan das habt ihr eure hand ich schäme mich euch einen augenblick verkannt zu haben nathan und ich bin stolz darauf nur das gemeine verkennt man selten tempel herr und das seltene vergisst man schwerlich nathan ja wir müssen müssen freunde werden nathan sind es schon wie wird sich meine rächer freuen und ach welche eine heitere ferne schließt sich meinen blicken auf kennt sie nur erst tempel herr ich brenne vor verlangen wer stürzt dort aus eurem hause ist das nicht ihre daher nathan jawohl so ängstlich tempel herr unser rächer ist doch nichts begegnet sechster auftritt die vorigen und daher eilig daher natan natan nun daher verzeiht edler ritter dass ich euch muss unterbrechen natan nun was ist tempel herr was ist daher der sultan hat geschickt der sultan will euch sprechen gott der sultan natan mich der sultan er wird begierig sein zu sehen was ich neues mitgebracht sagt nur es sei noch wenig oder gar nichts ausgepackt daher nein nein er will nichts sehen will euch sprechen euch in person und bald sobald ihr könnt nathan ich werde kommen geh nur wieder da ja nimmt ja nicht übel aufgestrenger ritter gott wir sind so bekümmert was der sultan doch will nathan das wird sich zeigen geh nur geh siebenter auftritt nathan und der tempelherr tempelherr so kennt ihr ihn noch nicht ich meine von person nathan den saladin noch nicht ich habe ihn nicht vermieden nicht gesucht zu kennen der allgemeine ruf sprach viel zu gut von ihm dass ich nicht lieber glauben wollte als sehen doch nun wenn anders dem so ist hat er durch sparung eures lebens tempelherr ja dem ist allerdings so das leben das ich lebe ist sein geschenk natan durch das er mir ein doppelt dreifach leben schenkte dies hat alles zwischen uns verändert hat mit eins ein seil mir umgeworfen dass mich seinem dienst auf ewig fesselt kaum und kaum kann ich es nun erwarten was er mir zuerst befehlen wird ich bin bereit zu allem bin bereit ihn zu gestehen dass ich es eure wegen bin tempelherr noch habe ich selber ihm nicht danken können so oft ich auch ihm in den weg getreten der eindruck den ich auf ihn machte kam so schnell als schneller wiederum verschwunden wer weiß ob er sich meiner gar erinnert und dennoch muss er einmal wenigstens sich meiner noch erinnern um mein schicksal ganz zu entscheiden nicht genug dass ich auf sein geheiß noch bin mit seinem willen noch leb ich muss nun auch von ihm erwarten nach wessen willen ich zu leben habe natan nicht anders umso mehr will ich nicht säumen es fällt vielleicht ein wort das mir auf euch zu kommen anlass gibt erlaubt verzeiht ich eile wenn wenn aber sehen wir euch bei uns tempelherr sobald ich darf natan sobald ihr wollt tempelherr noch heute natan und euer name muss ich bitten tempelherr mein name war ist kurt von staufen kurt natan von staufen 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 tempelherr warum fällt euch das so auf natan von staufen des geschlechts sind wohl schon mehrere tempelherr oh ja hier waren hier faulen des geschlechts schon mehrere mein oheim selbst mein vater will ich sagen doch warum schärft sich euer blick auf mich je mehr und mehr natan und nichts und nichts wie kann ich euch zu sehen ermüden tempelherr drum verlasse ich euch zuerst der blick des forschers fand nicht selten mehr als er zu finden wünschte ich fürchte in natan lass die zeit allmählich und nicht die neugier unsere kundschaft machen er geht natan der mit erstaunen nach sieht der forscher fand nicht selten mehr als er zu finden wünschte ist es doch als ob in meiner seel er lese wahrlich ja das könnte auch mir begegnen nicht allein wolfs wuchs wolfs gang auch seine stimme so vollkommen so war wolf sogar den kopf trug wolf sogar das schwert im arm strich wolf sogar die augenbrauen mit der hand gleichsam das feuer seines blicks zu bergen wie solche tief geprägte bilder doch zu zeiten in uns schlafen können bis ein wort ein laut sie weckt von staufen ganz recht ganz recht jaja phil neck und staufen ich will das bald genauer wissen bald nur erst zum saladin doch wie lauscht dort nicht daher nun so kommen wir näher daher achter auftritt daher natan natan was gibt's nun drückt euch beiden schon das herz noch ganz was anderes zu erfahren als was saladin mir will daher verdenkt es ihr ihr fängt soeben an vertraulicher mit ihm zu sprechen als des sultans botschaft uns von dem fenster scheuchte natan nun so sagt ihr nur dass sie in jeden augenblick erwarten darf da ja gewiss gewiss natan ich kann mich doch auf dich verlassen da ja sei auf deiner hut ich bitte dich es sollte ich nicht geräuen dein gewissen selbst soll seine rechnung dabei finden nur für die mir nichts in meinem plane nur erzähl und frage mit bescheidenheit mit rückhalt daher dass ihr doch noch erst sowas erinnern könnt ich gehe geht ihr nur auch denn seht ich glaube gar da kommt vom sultan ein zweiter boot al hafi euer derwisch geht ab neunter auftritt natan al hafi al hafi ha 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 zu euch wollte ich nun eben wieder natan ist denn so eilig was verlangt er denn von mir al hafi wer natan saladin ich komme ich komme al hafi zu wem zum saladin natan schickt saladin dich nicht al hafi mich nein hat er denn schon geschickt natan ja freilich hat er al hafi nun so ist es richtig natan was was ist richtig al hafi das ich bin nicht schuld gott weiß ich bin nicht schuld was habe ich nicht von euch gesagt gelogen um es abzuwenden natan was abzuwenden was ist richtig al hafi das nun ihr sein defter da geworden ich bedauere euch doch mit ansehen will es nicht ich gehe von stund an gehe ihr habt es schon gehört wohin und wisst den weg habt ihr des weges was zu bestellen sagt ich bin zu diensten freilich muss es mehr nicht sein als was ein nackter mit sich schleppen kann ich gehe sagt bald natan ist in dich doch al hafi besinn dich dass ich noch von gar nichts weiß was blau dass du denn da hafi ihr bringt sie doch gleich mit die beutel natan beutel al hafi nun das geld dass sie dem saladin vorschießen sollt natan und weiter ist es nichts al hafi ich sollte es wohl mit ansehen wer euch von tag zu tag ausholen wird bis auf die zehn sollte es wohl mit ansehen dass die verschwendung aus der weisen milde sonst nie lehren scheuern solange borgt und borgt und borgt bis auch die armen eingeborenen mäuschen drin verhungern bildet ihr vielleicht euch ein wer eures geldes bedürftig sei der werde doch eurem rate wohl auch folgen ja er rate folgen wenn hat saladin sich raten lassen denkt nur natan was mir eben jetzt mit ihm begegnet natan nun al hafi da komme ich zu ihm eben dass er schach gespielt mit seiner schwester sieht er spielt nicht übel und das spiel das saladin verloren glaubte schon gegeben hatte das stand noch ganz so da ich sehe euch hin und sehe dass das spiel noch lange nicht verloren natan das war für dich ein fund al hafi er durfte mit dem könig an den bauer nur rücken auf ihr schach wenn ich es euch gleich nur zeigen könnte natan wo ich traue dir al hafi denn so bekam der roche fällt und sie war hin das alles will ich ihm nun weisen und ruf ihn denkt natan er ist nicht deiner meinung al hafi er hört mich gar nicht an und wirft verächtlich das ganze spiel in klumpen natan ist das möglich al hafi und sagt er wolle matten und einmal sein er wolle heißt das spielen natan schwerlich wohl heißt mit dem spiele spielen al hafi gleichwohl galt es keine taube nuss natan geld hin geld her das ist das wenigste allein dich gar nicht anzuhören über einen punkt von solcher wichtigkeit dich nicht einmal zu hören deinen adlerblick nicht zu bewundern dass das schreit um rache nicht al hafi ach was ich sag's euch doch nur damit ihr sehen könnt was für ein kopf er ist kurz ich ich hals mit ihm nicht länger aus da laufe ich nun bei allen schmutzgen mohren herum und frage wer im borgen will ich der ich nie für mich gebettelt habe soll nun für andere borgen borgen ist viel besser nicht als betteln sowie lein auf wucherlein nicht viel besser ist als stehlen unter meinen gebern an dem gang es brauche ich beides nicht und brauche das werkzeug beider nicht zu sein am gang es am gang es nur gibt's menschen hier seid ihr der einzige der noch so würdig wäre dass er am gang es lebte wollt ihr mit lasst ihm mit einst den blunder ganz im stiche um den es ihm zu tun er bringt euch nach und nach doch drum so wäre die plackerei auf einmal aus ich schaffe euch einen delg das ist der kittel eines derwisch kommt kommt natan ich dächte zwar das blieb uns ja noch immer übrig doch al hafi will ich überlegen warte al hafi überlegen denn sowas überlegt sich nicht natan nur bis ich von dem sultan wiederkomme bis ich abschied erst al hafi wer überlegt der sucht bewegungsgründe nicht zu dürfen wer sich knall und fall ihm selbst zu leben nicht entschließen kann der lebt anderer sklav auf immer wie ihr wollt lebt wohl wie es euch wohl düngt mein weg liegt dort und eurer da natan al hafi du wirst selbst doch erst das deine berichtigen al hafi ach possen der bestand von meiner kass ist nicht des zählens wert und meine rechnung bürgt ihr oder sita lebt wohl natan im nachsehend die wirklich wilder guter edler wie nenne ich ihn der wahre bettler ist doch einzig und allein der wahre könig von einer anderen seite ab dritter aufzug erster auftritt szene in natans hause rächer und daher rächer wie da ja drückte sich mein vater aus ich dürfte in jeden augenblick erwarten das klingt nicht wahr als ob er noch so bald erscheinen werde wie viele augenblicke sind aber schon vorbei ach nun wer denkt an die verflossenen ich will allein in jedem nächsten augenblicke leben er wird doch einmal kommen der ihn bringt daher oder verwünschten botschaft von dem sultan denn natan hätte sicher ohne sie ihn gleich mit her gebracht rächer und wenn er nun gekommen dieser augenblick wenn er nun meiner wünsche wärmster innigster erfüllt ist was dann was dann da ja was dann dann hoffe ich dass auch meiner wünsche wärmster soll in erfüllung gehen rächer was wird dann in meiner brust an dessen stelle treten die schon verlernt ohne einen herrschenden wunsch aller wünsche sich zu denen nichts ach ich erschrecke daher mein mein wunsch wird dann an des erfüllten stelle treten meine mein wunsch dich in europa dich in händen zu wissen welche deiner würdig sind rächer du ist was diesen wunsch zu deinem macht das nämliche verhindert dass er meiner je werden kann dich zieht dein vaterland und meines meines sollte mich nicht halten ein bild der deinen das in deiner seele noch nicht verloschen sollte mehr vermögen als die ich sehen und greifen kann und hören die meinen daher sperre dich so viel du willst des himmels wege sind des himmels wege und wenn es nun dein retter selber wäre durch den sein gott für den er kämpft dich in das land dich zu dem volk geführen wollte für welche du geboren wurdest welcher da ja was sprichst du dann nun wieder liebe da ja du hast doch wahrlich deine sonderbaren begriffe sein sein gott für den er kämpft wem eignet gott was ist das für ein gott der einem menschen eignet der für sich muss kämpfen lassen und wie weiß man denn für welchen erdkloß man geboren wenn man es für den nicht ist auf welchen man geboren wenn mein vater dich hörte was tat er dir mir immer nur mein glück so weit von ihm als möglich vorzuspiegeln was tat er dir den samen der vernunft den er so rein in meine seele streute mit deines landes unkraut oder blumen so gern zu mischen liebe liebe da ja er will nun deine bunten blumen nicht auf meinem boden und ich muss dir sagen ich selber fühle meinen boden wenn sie noch so schön im kleiden es entkräftet so ausgezehrt durch deine blumen fühle in ihrem dufte sauer süß im dufte mich so betäubt so spindelnd dein gehirn ist dessen mehr gewohnt ich tade drum die stärker nerven nicht die ihn vertragen nur schlägt er mir nicht zu und schon dein engel wie wenig fehlte dass er mich zur nähren gemacht noch schäme ich mich vor meinem vater der posse da ja posse als ob der verstand nur hier zu hause wäre posse posse wenn ich nur reden dürfte rächer darfst du nicht wenn war ich nicht ganz ur so oft es dir gefiel von deinen glaubens helden mich zu unterhalten habe ich ihren taten nicht stets bewunderung und ihren leiden nicht immer tränen gern gezollt ihr glaube schien freilich mir das heldenmäßigste an ihnen nie doch so viel tröstender war mir die lehre das ergebenheit in gott von unserem wähnen über gott so ganz und gar nicht abhängt liebe da ja das hat mein vater und so oft gesagt darüber hast du selbst mit ihm so oft dich einverstanden warum untergräbst du denn allein was du mit ihm zugleich gebaut liebe da ja das ist kein gespräch womit wir unserem freund am besten entgegen sehen für mich zwei jahr denn mir mir liegt daran unendlich ob auch er euch daher kommt es nicht an unsere türe wenn er es wäre horch zweiter auftritt rächer da ja und der tempel her dem jemand von außen die türe öffnet mit den worten nur hier herein rächer fährt zusammen fasst sich und will ihm zu füßen fallen er ist mein retter tempel her dies zu vermeiden erschien ich bloß so spät und doch rächer ich will ja zu den füßen dieses stolzen mannes nur gott noch einmal danken nicht dem manne der mann will keinen dank mit ihnen so wenig als in der wassereimer will der bei dem löschen so geschäftig sich erwiesen der ließ sich füllen ließ sich lehren mir nichts dir nichts als auch der mann auch der wart nur so in die glut hinein gestoßen da fiel ich ungefähr ihm in den arm da blieb ich ungefähr sowie ein funken auf seinem mantel ihm in seinen armen bis wiederum ich weiß nicht was uns beide herausschmiss aus der glut was gibt es da zu danken in europa treibt der wein zu noch weit anderen taten tempel herren die müssen einmal nun so handeln müssen wir etwas besser zugelernte hunde sowohl aus feuer als aus wasser holen tempel her der sie mit erstaunen und unruhe die ganze zeit über betrachtet oder ja da ja wenn in augenblicken des kummers und der galle meine laune dich übel an ließ warum jede torheit die meiner zunge entfuhr ihr hinterbringen das hieß sich zu empfindlich rächen daher doch wenn du nur von nun an besser mich bei ihr vertreten bist daher ich denke ritter ich denke nicht dass diese kleinen stacheln ihr an das herz geworfen euch das sehr geschadet haben recher wie ihr hattet kummer und wart mit eurem kummer geiziger als eurem leben tempel herr gutes holdes kind wie ist doch meine seele zwischen auge und ohr geteilt das war das mädchen nicht nein nein das war es nicht dass aus dem feuer ich holte denn wer hätte die gekannt und aus dem feuer nicht geholt wer hätte auf mich gewartet zwar verstellt der schreck pause unter der er in anschauung ihre sich wie verliert rächer ich aber finde euch noch den nämlichen desgleichen bis sie fortfährt um ihn in seinem anstaunen zu unterbrechen nun ritter sagt uns doch wo ihr so lange gewesen fast dürfte ich auch fragen wo ihr jetzt seid tempel herr ich bin wo ich vielleicht nicht sollte sein recher wo ihr gewesen auch wo ihr vielleicht nicht sollte sein gewesen das ist nicht gut tempel herr auf auf wie heißt der berg auf sinai recher auf sinai ach schön nun kann ich zuverlässig doch einmal erfahren ob es war tempel herr was was ob es war dass noch da selbst der ort zu sehen wo moses vor gott gestanden als recher nun das wohl nicht denn wo er stand 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 er vor gott und davon ist mir zu genüge schon bekannt ob es war möchte ich nur gern von euch erfahren dass das ist bei weitem nicht so mühsam sei auf diesen berg hinauf zu steigen als herab denn seht so viele ich berge noch gestiegen bin was just das gegenteil nun ritter was er kehrt euch von mir ab wollte mich nicht ziehen tempel herr weil ich euch hören will recher weil ihr mich nicht wollten merken lassen dass ihr meine einfalt lächelt dass er lächelt wie ich euch doch so gar nichts wichtiges von diesem heiligen berg aller berge zu fragen war es nicht wahr tempel herr so muss ich euch doch wieder in die augen sehen was nun schlagt ihr sie nieder nun verbeißt das lächeln ihr wenn ich noch erst in minen in zweifelhaften minen lesen will was ich so deutlich höher ihr so vernehmlich mir sagt verschweigt ach recher recher wie hat er so wahr gesagt kennt sie nur erst recher wer hat von wem euch das gesagt tempel herr kennt sie nur erst hat euer vater mir gesagt von euch gesagt daher und ich nicht etwa auch ich denn nicht auch tempel herr allein wo ist er denn wo ist denn euer vater ist er noch beim sultan recher ohne zweifel tempel herr noch noch da um mich vergesslichen nein nein da ist er schwerlich mehr er wird dort unten bei dem kloster meiner warten ganz gewiss so reden meint ich wie es ab erlaubt ich gehe ich hole ihn daher das ist meine sache bleibt ritter bleibt ich bringe ihn unverzüglich tempel herr nicht so nicht so er sieht mir selbst entgegen nicht euch dazu er könnte leicht wer weiß er könnte bei dem sultan leicht ihr kennt den sultan nicht leicht in verlegenheit gekommen sein glaubt mir es hat gefahr wenn ich nicht gehe recher gefahr was für gefahr tempel herr gefahr für mich für euch für ihn wenn ich nicht schleunig schleunig gehe ab dritter auftritt recher und daher recher was ist das daher so schnell was kommt ihm an was fiel ihm auf was jagt ihn daher lasst nur lasst nur ich denke es ist kein schlimmes zeichen reicher zeichen und wovon daher dass etwas vorgeht innerhalb es kocht und soll nicht überkochen lasst ihn nur nun ist an euch recher was ist an mir du wirst wie er mir unbegreiflich da ja bald nun könnt ihr ihm die unruhe alpha gelten er euch gemacht hat seid nur aber auch nicht allzu streng nicht allzu rach begierig recher wovon du sprichst das magst du selber wissen da ja und seid denn ihr bereits so ruhig wieder recher das bin ich ja das bin ich daher wenigstens gesteht dass ihr euch seiner unruhe freut und seiner unruhe danket was er jetzt von ruhe genießt recher mir völlig unbewusst denn was ich höchstens dir gestehen könnte wäre dass es mich mich selbst befremdet wie auf einen solchen sturm in meinem herzen so eine stille plötzlich folgen können sein voller anblick sein gespräch sein tun hat mich da ja gesättigt schon recher gesättigt will ich nun nicht sagen nein bei weitem nicht da ja den heißen hunger nur gestillt recher nun ja wenn du so willst da ja ich eben nicht recher er wird mir ewig wert mir ewig werter als mein leben bleiben wenn auch schon mein puls nicht mehr bei seinem bloßen namen wechselt nicht mehr mein herz so oft ich an ihn denke geschwinder stärker schlägt was schwatzig komm komm liebe da ja wieder an das fenster das auf die palmen sieht da ja so ist er doch wohl noch nicht ganz gestillt der heiße hunger recher nun werde ich auch die palmen wieder sehen nicht in bloß unter palmen da ja diese kälte beginnt auch wohl ein neues fieber nur recher was kält ich bin nicht kalt ich sehe wahrlich nicht minder gern was ich mit ruhe sie es vierter auftritt szene ein audienzsaal in dem palaste des saladin saladin und sita saladin im hereintreten gegen die türe hier bringt den juden her sobald er kommt er scheint sich eben nicht zu übereilen sita er war auch wohl nicht bei der hand nicht gleich zu finden saladin schwester schwester sita tust du doch als stünde dir ein treffen vor saladin und das mit waffen die ich nicht gelernt zu führen ich soll mich stellen soll besorgen lassen soll fallen legen soll aufs glatteis führen wenn hätte ich das gekonnt wo hätte ich das gelernt und soll das alles ach wozu wozu um geld zu fischen geld um geld geld einem juden abzubangen geld zu solchen kleinen listen wäre ich endlich gebracht der kleinigkeiten kleinste mir zu schaffen sieht da jede kleinigkeit zu sehr verschmäht die recht sich bruder saladin leider war und wenn nun dieser jude gar der gute vernünftige mann ist wie der derwisch dir ihn er dem beschrieben sita und nun dann was hat es dann für not die schlinge liegt ja nur um den geizigen besorglichen furchtsamen juden nicht dem guten nicht dem weisen manne dieser ist ja so schon unser ohne schlinge das vergnügen zu hören wie ein solcher mann sich ausrät mit welcher dreisten stärk entweder er die stricke kurz zerreißet oder auch mit welcher schlauen vorsicht er die netze vorbei sich windet dies vergnügen hast du obendrein saladin nun das ist wahr gewiss ich freue mich drauf sita so kann dich ja auch weiter nichts verlegen machen denn ist einer aus der menge bloß ist bloß ein jude wie ein jude gegen den wirst du dich doch nicht schämen so zu scheinen wie er die menschen als ich denkt vielmehr wer sich ihm besser zeigt der zeigt sich ihm als geg als narr saladin so muss ich ja wohl gar schlecht handeln dass von mir der schlechte nicht schlecht denkt sita trauen wenn du schlecht handeln nennst ein jedes ding nach seiner art zu brauchen saladin was hat ein weiberkopf erdacht dass er nicht zu beschönen wüsste sita zu beschönen saladin das feine spitze ding besorge ich nur in meiner plumpen hand zerbricht sowas will ausgeführt sein wie es erfunden ist mit aller pfiffigkeit gewandtheit doch mags doch nur mags ich tanze wie ich kann und könnt es freilich lieber schlechter noch als besser sita trau dir auch nur nicht zu wenig ich stehe dir für dich wenn du nur willst dass uns die männer deinesgleichen doch so gern bereden möchten nur ihr schwert ihr schwert nur habe sie so weit gebracht der löwe schämt sich freilich wenn er mit dem fuchse jagt des fuchses nicht der list saladin und dass die weiber doch so gern den mann zu sich herunter hätten geh nur geh ich glaube meine lektion zu können sita was ich soll gehen saladin du wolltest doch nicht bleiben sita wenn auch nicht bleiben im gesicht euch bleiben doch hier im nebenzimmer saladin dazu horchen auch das nicht schwester wenn ich soll bestehen fort fort der vorhang rauscht er kommt doch dass du ja nicht da verweist ich sehe nach indem sie sich durch eine tür entfernt tritt nathan zu der anderen herein und saladin hat sich gesetzt fünfter auftritt saladin und nathan saladin tritt näher jude näher nur ganz her nur ohne furcht nathan die bleibe deinem feinde saladin du nennst dich nathan nathan ja saladin den weisen nathan nathan nein saladin wohl nennst du dich nicht nennen dich das volk nathan kann sein das volk saladin du glaubst doch nicht dass ich verächtlich von des volkes stimme denke ich habe längst gewünscht den mann zu kennen den es den weisen nennt nathan und wenn es ihn zum sport so nennt wenn dem volke weise nichts weiter wer als klug und klug nur der der sich auf seinen vorteil gut versteht saladin auf seinen wahren vorteil meinst du doch nathan dann freilich wäre der eigennützigste der klügste dann wäre freilich klug und weise nur eins saladin ich höre dich erweisen was du widersprechen willst der menschen wahre vorteile die das volk nicht kennt kennst du hast du zu kennen wenigstens gesucht hast drüber nachgedacht dass auch allein macht schon den weisen nathan der sich jeder düngt zu sein saladin nur der bescheidenheit genug denn sie nur immer dazu hören wo man trockene vernunft erwartet ekelt er springt auf lass uns zur sache kommen aber aber aufrichtig jut aufrichtig nathan sultan ich will sicherlich dich so bedienen dass ich deiner fernen kundschaft würdig bleibe saladin bedienen wie nathan du sollst das beste haben von allem sollst es um den billigsten preis haben saladin wovon sprichst du doch wohl nicht von deinen waren schachern wird mit dir schon meine schwester das der horcherin ich habe mit dem kaufmann nichts zu tun nathan so wirst du ohne zweifel wissen wollen was ich auf meinem wege von dem feinde der allerdings sich wieder reget etwa bemerkt getroffen wenn ich unverhohlen saladin auch darauf bin ich eben nicht mit dir gesteuert davon weiß ich schon so viel ich nötig habe kurz nathan gebiete sultan saladin ich heiße deinem unterricht in ganz was anderem ganz was anderem da du nun so weise bist so sage mir doch einmal was für ein glaube was für ein gesetz hat dir am meisten eingeleuchtet nathan sultan ich bin ein jud saladin und ich ein muselmann der christ ist zwischen uns von diesen drei religionen kann doch eine nur die wahre sein ein mann wie du bleibt da nicht stehen wo der zufall der geburt ihn hingeworfen oder wenn er bleibt bleibt er aus einsicht gründen waldes bessern wohl an so teile deine einsicht mir denn mit lass mich die gründe hören denen ich selber nach zu grübeln nicht die zeit gehabt lass mich die wahl die diese gründe bestimmt versteht sich im vertrauen wissen damit ich sie zu meiner mache wie du stutzt ist wächst mich mit dem auge kann wohl sein dass ich der erste sultan bin der eine solche grille hat dem ich doch eines sultans eben nicht so ganz unwürdig denkt nicht wahr so rede doch sprich oder willst du einen augenblick dich zu bedenken gut ich gebe ihn dir ob sie wohl horcht ich will sie doch belauschen will hören ob ich es recht gemacht denk nach geschwind denk nach ich säume nicht zurückzukommen er geht in das nebenzimmer nach welchem sich sita begeben sechster auftritt nathan allein nathan wunderlich wie ist mir denn was will der sultan was ich bin auf geld gefasst und er will wahrheit wahrheit und will sie so so bar so blank als ob die wahrheit münze wäre ja wenn noch uralte münze die gewogen ward das ginge noch allein so neue münze die nur der stempel macht die man aufs brett nur zählen darf das ist sie doch nun nicht wie geld in sack so striche man im kopf auch wahrheit ein wer ist denn hier der jude ich oder er doch wie sollte er auch wohl die wahrheit nicht in wahrheit fordern zwar zwar der verdacht dass er die wahrheit nur als falle brauche wer auch gar zu klein zu klein was ist für einen großen denn zu klein gewiss gewiss er stürzte mit der türe so ins haus man pocht doch hört doch erst wenn man als freund sich naht ich muss behutsam gehen und wie wie das so ganz stock jude sein zu wollen geht schon nicht und ganz und gar nicht jude geht noch minder denn wenn kein jude dürfte er mich noch fragen warum kein muselmann das war's das kann mich retten nicht die kinder bloß speist man mit märchen ab er kommt er komme nur siebente auftritt saladin und nathan saladin so ist das feld hier rein ich komme dir doch nicht zu geschwind zurück du bist zurande mit deiner überlegung nun so rede es hört uns keine seele nathan möchte doch doch die ganze welt und zöhnen saladin so gewiss ist nathan seiner sache das nenne ich einen weisen nie die wahrheit zu verhehlen für sie alles aufs spiel zu setzen leib und leben gut und blut nathan ja ja wenn es nötig ist und nutzt saladin von nun an darf ich hoffen einen meiner titel verbessere der welt des gesetzes mit recht zu führen nathan trauen ein schöner titel doch sultan ehe ich mich dir ganz vertraue erlaubst du wohl die ein geschichtchen zu erzählen saladin warum das nicht ich bin stets ein freund gewesen von geschichtchen gut erzählt nathan ja gut erzählen das ist nun wohl eben meine sache nicht saladin schon wieder so stolz bescheiden mach erzähl erzähle nathan vor grauen jahren lebt ein mann im osten der einen ring von unschätzbarem wert aus lieber hand besaß der stein war ein opal der hundert schöne farben spielte und hatte die geheime kraft vor gott und menschen angenehm zu machen wer in dieser zuversicht in trug was wunder dass ihn der mann in osten darum nie vom finger ließ und die verfügung traf auf ewig ihn bei seinem hause zu erhalten nämlich so er ließ den ring von seinen söhnen dem geliebtesten und setzte fest dass dieser wiederum den ring von seinen söhnen dem vermache der ihm der liebste sei und stets der liebste und ansehen der geburt in kraft allein des rings das haupt der fürst des hauses werde verstehe mich sultan saladin ich verstehe dich weiter nathan so kam nun dieser ring von sohn zu sohn auf einen vater endlich von drei söhnen die alle drei im gleich gehorsam waren die alle drei er folglich gleich zu lieben sich nicht entbrechen konnte nur von zeit zu zeit schien im bald der bald dieser bald der dritte sowie jeder sich mit ihm allein befand und sein ergießend herz die anderen zwei nicht teilten würdiger des rings den er denn auch einem jeden die fromme schwachheit hatte zu versprechen das ging nun so solange es ging allein es kam zum sterben und der gute vater kommt in verlegenheit es schmerzt ihn zwei von seinen söhnen die sich auf sein wort verlassen so zu kränken was zu tun er sendet insgeheim zu einem künstler bei dem er nach dem muster seines ringes zwei andere bestellt und weder kosten noch mühe sparen heißt sie jenem gleich vollkommen gleich zu machen das gelingt dem künstler da er ihm die ringe bringt kann selbst der vater seinen mustering nicht unterscheiden froh und freudig ruft er seine söhne jeden insbesondere gibt jedem insbesondere seinen segen und seinen ring und stirbt du hörst doch sultan saladin der sich betroffen von ihm gewandt ich höre ich höre kommen mit einem märchen nur bald zu ende wird's nathan ich bin zu ende denn das was noch folgt versteht sich ja von selbst kaum war der vater tot so kommt ein jeder mit seinem ring und jeder will der fürst des hauses sein man untersucht man zankt man klagt umsonst der rechte ring war nicht erweislich nach einer pause in welcher er des sultans antwort erwartet fast so unausweichlich als uns jetzt der rechte glaube saladin wie das soll die antwort sein auf meine frage nathan soll mich bloß entschuldigen wenn ich die ringe mir nicht getraut zu unterscheiden die der vater in der absicht machen ließ damit sie nicht zu unterscheiden werden saladin die ringe spiele nicht mit mir ich dachte dass die religionen die ich dir genannt doch wohl zu unterscheiden wären bis auf die kleidung bis auf speis und trank nathan und nur von seiten ihrer gründe nicht denn gründen sie sich nicht alle auf geschichte geschrieben oder überliefert und geschichte muss doch wohl allein auf treu und glauben angenommen werden nicht nun wessen treu und glauben zieht man denn am wenigsten in zweifel doch der seinen und doch deren blut wir sind doch deren die von kindheit an uns proben ihrer liebe gegeben die uns nie getäuscht als wo getäuscht zu werden uns heilsamer war wie kann ich meinen vätern weniger als du den deinen glauben oder umgekehrt kann ich von dir verlangen dass du deine vorfahren lügen strafst um meinen nicht zu widersprechen oder umgekehrt das nämliche gilt von den christen nicht saladin bei dem lebendigen der mann hat recht ich muss verstummen nathan lass auf unsere ring und wieder kommen wie gesagt die söhne verklagten sich und jeder schwur dem richter unmittelbar aus seines vaters hand den ring zu haben wie auch war nachdem er von ihm lange das versprechen schon gehabt des ringes vorrecht einmal zu genießen wie nicht minder war der vater beteuerte jeder könne gegen ihn nicht falsch gewesen sein und er dieses von ihm von einem solchen lieben vater arg wohnen lass ihm müsse er seine brüder so gern er sonst von ihnen nur das beste bereit zu glauben sei des falschen spiels bezeihen und er wolle die verräter schon auszufinden wissen sich schon rächen saladin und nun der richter mich verlangt zu hören was du den richter sagen lässt sprich nathan der richter sprach wenn ihr mir nur den vater nicht bald zur stelle schafft so weiß ich euch von meinem stuhle denkt ihr dass ich rätsel zu lösen da bin oder harret ihr bis dass der rechte ring den mund eröffne doch halt ich höre ja der rechte ring besitzt die wunderkraft beliebt zu machen vor gott und menschen angenehm das muss entscheiden denn die falschen ringe werden doch das nicht können nun wen lieben zwei von euch am meisten macht sagt an ihr schweigt die ringe wirken nur zurück und nicht nach außen jeder liebt sich selber nur am meisten so seid ihr alle drei betrogene betrüger eure ringe sind alle drei nicht echt der echte ring vermutlich ging verloren den verlust zu bergen zu ersetzen ließ der vater die drei für einen machen saladin herrlich herrlich nathan und also fuhr der richter fort wenn ihr nicht meinen rat statt meines spruches wollt geht nur mein rat ist aber der ihr nehmt die sache völlig wie sie liegt hat von euch jeder seinen ring von seinem vater so glaube jeder sicher seinen ring den echten möglich dass der vater nun die tyrannei des einen ringes nicht länger in seinem hause dulden wollen und gewiss dass er euch alle drei geliebt und gleich geliebt indem er zwei nicht drücken mögen um einen zu begünstigen wohl an es eifre jeder seiner unbestochenen von vorurteilen freien liebe nach es strebe von euch jeder um die wette die kraft des steines in seinem ring an tag zu legen komme dieser kraft mit sanftmut mit herzlicher verträglichkeit mit wohltun mit innigster ergebenheit in gott zu hilf und wenn sich dann der steine kräfte bei euren kindes kindeskindern äußern so lade ich über tausend tausend jahre sie wiederum vor diesen stuhl da wird ein weißer mann auf diesem stuhle sitzen als ich und sprechen geht so sagte der bescheidene richter saladin gott gott nathan saladin wenn du dich fühlst dieser weisere versprochene mann zu sein saladin der auf ihn zustürzt und seine hand ergreift die er bis zu ende nicht widerfahren lässt ich staub ich nichts o gott nathan was ist dir sultan saladin nathan lieber nathan die tausend tausend jahre deines richters sind noch nicht um sein richterstuhl ist nicht der meine gg aber sei mein freund nathan und weiter hätte saladin mit nichts zu sagen saladin nichts nathan nichts saladin gar nichts und warum nathan ich hätte noch eine gelegenheit gewünscht die eine bitte vorzutragen saladin braucht gelegenheit zu einer bitte rede nathan ich komme von einer weiten reis auf welcher ich schulden eingetrieben fast habe ich des baren geld zu viel die zeit beginnt bedenklich wiederum zu werden und ich weiß nicht recht wo sicher damit hin da dachte ich ob nicht du vielleicht weil doch ein naher krieg des geldes immer mehr erfordert etwas brauchen könntest saladin steif in die augen sehnt nathan ich will nicht fragen ob el hafi schon bei dir gewesen will nicht untersuchen ob dich nicht sonst ein argwohn treibt mit dieses erbieten freierdings zu tun nathan ein argwohn saladin ich bin ihn wert verzeih mir denn was hilft ich muss dir nur gestehen dass ich im begriffe war nathan doch nicht das nämliche an mich zu suchen saladin allerdings nathan so wäre uns beiden ja geholfen dass ich aber dir alle meine barschaft nicht kann schicken das macht der junge tempelherr du kennst ihn ja ihm habe ich eine große post vorher noch zu bezahlen saladin tempelherr du wirst doch meine schlimmsten feinde nicht mit deinem gelder auch unterstützen wollen nathan ich spreche von dem einen nur dem du das leben spart ist saladin ach woran erinnerst du mich habe ich doch diesen jüngling ganz vergessen kennst du ihn wo ist er nathan wie so weißt du nicht wie viel von deiner gnade für ihn durch ihn auf mich geflossen er er hat mit gefahr des neu erhaltenen lebens hat meine tochter aus dem feuer gerettet saladin er hat er das danach sei aus das hätte trauen mein bruder auch getan dem er so ähnelt ist er dennoch hier so bring ihn her ich habe meiner schwester von diesem ihren bruder den sie nicht gekannt so viel erzählt dass ich sie sein ebenbild doch auch muss sehen lassen geh hol ihn wie aus einer guten tat gebar sie auch schon bloße leidenschaft doch so viel andere gute taten fließen geh hol ihn nathan indem er saladins hand fahren lässt augenblicks und bei dem anderen bleibt es doch auch ab saladin ach dass ich meine schwester nicht horchen lassen zu ihr zu ihr denn wie soll ich alles das ihr nun erzählen ab von der anderen seite achter auftritt die szene unter den palmen in der nähe des klosters wo der tempelherr natans wartet tempelherr geht mit sich selbst kämpfend auf und ab bis er losbricht hier hält das opfer tier ermüdet still nun gut ich mag nicht mag nicht mehr wissen was in mir vorgeht mag voraus nicht wittern was vorgehen wird genug ich bin umsonst geflohen umsonst und weiter konnte ich doch auch nichts als fliehen nun komm was kommen soll ihm auszubeugen war der streich zu schnell gefallen unter den zu kommen ich so lang und viel mich weigerte sie sehen die ich zu sehen so wenig lüstern war sie sehen und der entschluss sie wieder aus den augen nie zu lassen was entschluss entschluss ist vorsatz tat und ich ich litt ich litte bloß sie sehen und das gefühl an sie verstrickt in sie verwebt zu sein war 1 bleibt 1 von ihr getrennt zu leben ist mir ganz undenkbar wer ist mein tod und wo wir immer nach dem tode auch sind auch da mein tod ist das nun liebe so lebt der tempelritter freilich lebt der christ das judenmädchen freilich was tun ich habe in dem gelobten lande und darum auch mir gelobt auf immer da der vorurteile mehr schon abgelegt was will mein orden auch ich tempelherr bin tot war von dem augenblick im tod der mich zu saladins gefangenen machte der kopf den saladin mir schenkte wer mein alter ist ein neuer der von all dem nichts weiß was jenem eingeplaudert ward was jenen band und ist ein besserer für den väterlichen himmel mehr gemacht das spüre ich ja denn erst mit ihm beginne ich so zu denken wie mein vater hier gedacht muss haben wenn man märchen nicht von ihm mir vorgelogen märchen doch ganz glaubliche die glaublicher mir nie als jetzt geschienen da ich nur gefahr zu straucheln laufe wo er viel er viel ich will mit männern lieber fallen als mit kindern stehen sein beispiel bürget mir für seinen beifall und an wessen beifall liegt mir denn sonst an natans wo an dessen ermunterung mehr als beifall kann es mir noch weniger gebrechen welch ein jude und der so ganz nur jude scheinen will da kommt er kommt mit hast glüht heitere freude wer kam von saladin je anders hey hey natan neunter auftritt natan und der tempelherr natan wie seid ihr es tempelherr ihr habt sehr lang euch bei dem sultan aufgehalten natan so lange nun wohl nicht ich war dem hingehen zu viel verweilt ach wahrlich kurt der mann steht seinen ruhm sein ruhm ist bloß sein schatten doch lasst vor allen dingen euch geschwind nur sagen tempelherr was natan er will euch sprechen will das ungesäumt ihr zu ihm kommt begleitet mich nur nach hause wo ich noch für ihn erst etwas anders zu verfügen habe und dann so gehen wir tempelherr natan euer haus betrete ich wieder eher nicht natan so seid ihr doch indes schon gewesen habt denn das sie doch gesprochen nun sagt wie gefällt euch recher tempelherr über allen ausdruck allein sie wiedersehen das werde ich nie 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 ihr müsstet mir zur stelle denn versprechen dass ich sie auf immer immer soll können sehen natan wie wollt ihr dass ich das verstehe tempelherr nach einer kurzen pause ihm plötzlich um den hals fallend mein vater natan junger mann tempelherr in ebenso plötzlich widerlassend nicht sohn ich bitte euch natan natan lieber junger mann tempelherr nicht sohn ich bitte euch natan ich beschwöre euch bei den ersten banden der natur zieht ihn spätere fesseln doch nicht vor begnügt euch doch ein mensch zu sein stoßt mich nicht von euch natan lieber lieber freund tempelherr und sohn sohn nicht auch dann nicht dann nicht einmal wenn er kenntlich zum herzen eurer tochter der liebe schon den weg gebarnet hätte auch dann nicht einmal wenn in eins zu schmelzen auf euren wink nur beide warteten ihr schweigt natan ihr überrascht mich junger ritter tempelherr ich überrasch euch überrasch euch natan mit euren eigenen gedanken ihr verkennt sie doch in meinem munde nicht ich überrasch euch natan ich einmal weiß was für ein staufen euer vater denn gewesen ist tempelherr was sagt ihr natan was in diesem augenblick fühlt ihr nichts als neu begier natan denn seht ich habe selbst wohl einen staufen ehedem gekannt der konrad hieß tempelherr nun wenn mein vater denn nun ebenso geheißen hätte natan wahrlich tempelherr ich heiße selber ja nach meinem vater kurt ist konrad natan nun so war mein konrad doch nicht euer vater denn mein konrad war was ihr war tempelherr war nie vermählt tempelherr o darum natan wie tempelherr o darum könnt ihr doch mein vater wohl gewesen sein natan ihr scherz tempelherr und ihr nehmt zwar nicht zu genau wie wärs denn nun so was von bastard oder bank hat der schlag ist auch nicht zu verachten doch entlasst mich immer meiner ahnenprobe ich will euch eure wiederum entlassen nicht zwar also ob ich den geringsten zweifel in euren stammbaum setze gott behüte ihr könnt ihn blatt vor blatt bis abraham hinauf belegen und von da so weiter weiß ich ihn selbst will ich ihn selbst beschwören natan ihr werdet bitter doch verdiene ich schlug ich denn euch schon was ab ich will euch ja nur bei dem worte nicht den augenblick so fassen weiter nichts tempelherr gewiss nichts weiter wo so vergebt natan nun kommt nur kommt tempelherr wohin nein mit in euer haus das nicht das nicht da brennt ich will euch hier erwarten geht soll ich sie wiedersehen so sehe ich sie noch oft genug wo nicht so sei ich sie schon viel zu viel natan ich will mich möglichst eilen 10 auftritt der tempelherr und bald darauf daher tempelherr schon mehr als genug des menschenhirn fast so unendlich viel und ist doch manchmal auch so plötzlich voll von einer kleinigkeit so plötzlich voll taugt nichts taugt nichts es sei auch voll wovon es will doch nur geduld die seele wirkt den aufgedunstenen stoff bald ineinander schafft sich raum und licht und ordnung kommen wieder lieb ich denn zum ersten male oder war was ich als liebe kenne liebe nicht ist liebe nur was ich jetzt empfinde da ja die sich von der seite herbei geschlichen ritter ritter tempelherr wer ruft da ja ihr da ja ich habe mich bei ihm vorbeigeschlichen aber noch könnt ihr uns sehen wo ihr da steht drum kommt doch näher zu mir hinter diesen baum tempelherr was gibt's denn so geheimnisvoll was ist da ja ja wohl betrifft es ein geheimnis was mich zu euch bringt und zwar ein doppeltes das eine weiß nur ich das andere wisst nur ihr wie wär's wenn wir tauschten vertraut mir eures so vertraue ich euch das meine tempelherr mit vergnügen wenn ich nur erst weiß was ihr für meines achtet doch das wird aus eurem wohl erhellen fangt nur immer an da ja denkt doch nein herr ritter erst ihr ich folge denn versichert mein geheimnis kann euch gar nichts nutzen wenn ich nicht sofort das eure habe nur geschwind denn frag ich es euch erst ab so habt ihr nichts vertraut mein geheimnis dann bleibt mein geheimnis und das eure seid ihr los doch armer ritter dass ihr männer ein solch geheimnis für uns weibern haben zu können auch nur glaubt tempelherr dass wir zu haben oft selbst nicht wissen da ja kann wohl sein drum muss ich freilich erst euch selbst damit bekannt zu machen schon die freundschaft haben sagt was hieß denn das dass ihr so knall und fall euch aus dem stau bemachtet dass ihr uns so sitzen ließt dass er nun mit nathan nicht wiederkommt hat recher denn so wenig auf euch gewirkt wie oder auch so viel so viel so viel werde des armen vogels der an der gute klebt geflattere mich doch kennen kurz gesteht es mir nur gleich dass ihr sie liebt lieb bis zum unsinn und ich sag euch was tempelherr zum unsinn wahrlich ihr versteht euch trefflich darauf da ja nun gebt mir nur die liebe zu den unsinn will ich euch erlassen tempelherr weil er sich von selbst versteht ein tempelherr ein juden mädchen lieben da ja scheint freilich wenig sind zu haben doch zuweilen ist des sinns in einer sache auch mehr als wir vermuten und es wäre so unerhört doch nicht dass uns der heiland auf wegen zu sich zöge die der kluge von selbst nicht leicht betreten würde tempelherr das so feierlich und setzt ich statt des heilands die vorsicht hat sie denn nicht recht ihr macht mich neu begieriger als ich wohl sonst zu sein gewohnt bin da ja wo das ist das land der wunder tempelherr nun des wunderbaren kann es auch wohl anders sein die ganze welt drängt sich ja hier zusammen liebe da ja nehmt für gestanden an was ihr verlangt dass ich sie liebe dass ich nicht begreife wie ohne sie ich leben werde dass da ja gewiss gewiss so schwört mir ritter sie zu eurigen zu machen sie zu retten sie zeitlich hier sie ewig dort zu retten tempelherr und wie wie kann ich kann ich schwören was in meiner macht nicht steht da ja in eurer macht steht es ich bringe es durch ein einzig wort in eure macht tempelherr dass selbst der vater nichts da wieder hätte da ja was vater vater der soll schon müssen tempelherr müssen da ja noch ist er unter räuber nicht gefallen er muss nicht müssen da ja nun so muss er wollen muss gern am ende wollen tempelherr muss und gern doch da ja wenn ich euch nun sage dass ich selber diese seit ihm anzuschlagen bereits versucht da ja was und er fiel nicht ein tempelherr er fiel mit einem misslaut ein der mich beleidigte daher was sagt ihr wie er hätte den schatten eines wunsches nur nach rächer ihm blicken lassen und er wäre vor freuden nicht aufgesprungen hätte frostig sich zurückgezogen hätte schwierigkeiten gemacht tempelherr so ungefähr da ja so will ich denn mich länger keinen augenblick bedenken tempelherr und ihr bedenkt euch doch da ja der mann ist sonst so gut ich selber bin so viel ihm schuldig dass er doch gar nicht hören will gott weiß das herz blutet mir ihn so zu zwingen tempelherr ich bitte euch da ja setzt mich kurz und gut aus dieser ungewissheit seid ihr aber noch selber ungewiss ob was ihr vor habt gut oder böse schändlich oder löblich zu nennen schweigt ich will vergessen dass ihr etwas zu verschweigen habt da ja das spornt anstatt zu halten nun so wisst denn rächer ist keine jüdin sie ist eine christin tempelherr kalt so wünsche euch glück hat schwer gehalten lasst euch nicht die wehen schrecken fahrt ihr mit eifer fort den himmel zu bevölkern wenn ihr die erde nicht mehr könnt da ja wie ritter verdient meine nachricht diesen spott das rächer eine christin ist das freut euch einen christen einen tempelherrn der ihr sie liebt nicht mehr tempelherr besonders da sie eine christin ist von eurer mache da ja ach so versteht ihr es so mag es gelten nein den will ich sehen der die bekehren soll ihr glück ist längst zu sein was sie zu werden verdorben ist tempelherr erklärt euch oder geht da ja sie ist ein christenkind von christen eltern geboren ist getauft tempelherr hastig und nathan da ja nicht ihr vater tempelherr nathan nicht ihr vater wisst ihr was er sagt da ja die wahrheit die so oft nicht blutgetränen weinen machen nein er ist ihr vater nicht tempelherr und hätte sie als seine tochter nur erzogen hätte das christenkind als eine jüdin sich erzogen da ja ganz gewiss tempelherr sie wüsste nicht was sie geboren sei sie hätte es nie von ihm erfahren dass sie eine christin geboren sei und keine jüdin da ja nie tempelherr er hätte in diesem warne nicht das kind bloß auferzogen ließ das mädchen noch in diesem warne da ja leider tempelherr nathan wie der weise gute nathan hätte sich erlaubt die stimme der natur so zu verfälschen die ergießung eines herzens so zu verlinken die sich selbst gelassen ganz andere wege nehmen würde da ja ihr habt mir allerdings etwas vertraut von wichtigkeit was folgen haben kann was mich verwirrt worauf ich gleich nicht weiß was mir zu tun drum lasst mir zeit drum geht er kommt hier wiederum vorbei er möchte uns überfallen geht da ja ich werde es todes tempelherr ich bin ihn jetzt zu sprechen ganz und gar nicht fähig wenn er ihm begegnet sagt ihm nur dass wir einander bei dem sultan schon finden würden da ja aber lasst euch ja nichts merken gegen ihn das soll nur so den letzten druck dem dinge geben soll euch rechers wegen alles grubel nur benehmen wenn ihr aber dann sie nach europa führt so lasst ihr doch mich nicht zurück tempelherr das wird sich finden geht nur geht vierter aufzug erster auftritt szene in den kreuzgängen des klosters der klosterbruder und bald darauf der tempelherr klosterbruder ja ja er hat schon recht der patriarch es hat mir freilich noch von alledem nicht viel gelingen wollen was er mir so aufgetragen und warum trägt er mir auch lauter solche sachen auf ich mag nicht fein sein mag nicht überreden mag mein näschen nicht in alles stecken mag mein händchen nicht in allem haben bin ich darum aus der welt geschieden ich für mich um mich für andere mit der welt noch erst recht zu verwickeln tempelherr mit hast auf ihn zukommt guter bruder da seid ihr ja ich habe euch lange schon gesucht klosterbruder mich herr tempelherr ihr kennt mich schon nicht mehr klosterbruder doch doch ich glaubte nur dass ich den herrn in meinem leben wieder nie zu sehen bekommen würde denn ich hoffte es zu dem lieben gott der liebe gott der weiß wie sauer mir mein antrag ward den ich dem herrn zu tun verbunden war er weiß ob ich gewünscht ein offenes ohr bei euch zu finden weiß wie sehr ich mich gefreut im innersten gefreut dass ihr so rund das alles ohne viel bedenken von euch wiesd was einem ritter nicht gezielt nun kommt jedoch nun hat's doch nachgewirkt tempelherr ihr wisst es schon warum ich komme kaum weiß ich es selbst klosterbruder ihr habt nun überlegt hat nun gefunden dass der patriarch so unrecht doch nicht hat dass er und geld durch seinen anschlag zu gewinnen dass ein feind ein feind ist wenn er unser engel auch sieben mal gewesen wäre dass das habt ihr nun mit fleisch und blut erwogen und kommt und tragt euch wieder an ach gott tempelherr mein frommer lieber mann gebt euch zufrieden deswegen komme ich nicht deswegen will ich nicht den patriarchen sprechen noch noch denke ich über jenen punkt wie ich gedacht und wollte um alles in der welt die gute meinung nicht verlieren deren mich ein so gerade formel lieber mann einmal gewürdigt ich komme bloß dem patriarchen über eine sache um rat zu fragen klosterbruder ihr den patriarchen ein ritter einen pfaffen sich schüchternd um sind tempelherr ja die sache ist ziemlich pfäffisch klosterbruder gleichwohl fragt der pfaffe den ritter nie die sache sei auch noch so ritterlich tempelherr weil er das vorrecht hat sich zu vergehen dass unser einer ihm nicht sehr beneidet freilich wenn ich nur für mich zu handeln hätte freilich wenn ich rechenschaft nur mir zu geben hätte was braucht dich eures patriarchen aber gewisse dinge will ich lieber schlecht nach anderer willen machen als allein nach meinem gut zudem ich sehe nun wohl religion ist auch partei und wer sich druck auch noch so unparteiisch glaubt hält ohne es selbst zu wissen doch nur seiner die stange weil das einmal nun so ist wird sowohl recht sein klosterbruder dazu schweig ich lieber denn ich verstehe den herrn nicht recht tempelherr und doch lasst sehen worum ihr eigentlich zu tun um macht spruch oder rat um lautern oder gelehrten rat ich danke euch bruder dank euch für den guten wink was patriarch seid ihr mein patriarch ich will ja doch den christen mehr im patriarchen als den patriarchen in dem christen fragen die sache ist die klosterbruder nicht weiter herr nicht weiter wozu der herr verkennt mich wer viel weiß hat viel zu sorgen und ich habe ja mich einer sorge nur gelobt gut hört seht dort kommt zu meinem glück er selbst bleibt hier nur stehen er hat euch schon erblickt zweiter auftritt der patriarch welcher mit allem geistlichen pomp den einen kreuzgang heraufkommt und die vorigen tempelherr ich will ihm lieber aus wer nicht mein mann ein dicker roter freundlicher prälat und welcher prunk klosterbruder ihr solltet ihn erst sehen nach hofe sich erheben jetzt kommt er nur von einem kranken tempelherr wie sich da nicht saladin wird schämen müssen patriarch indem er näher kommt winkt dem bruder hier das ist ja wohl der tempelherr was will er klosterbruder weiß nicht patriarch auf ihn zugehend indem der bruder und das gefolge zurücktreten nun herr ritter sehr erfreut den braven jungen mann zu sehen noch sogar jung nun mit gottes hilfe daraus kann etwas werden tempelherr mehr erwilliger herr wohl schwerlich als schon ist und er noch was weniger patriarch ich wünsche wenigstens dass so ein frommer ritter lange noch der lieben christenheit der sache gottes zu er und frommen blühen und grünen möge das wird denn auch nicht fehlen wenn nur fein die junge tapferkeit dem reifen rate des alters folgen will womit wärs sonst dem herrn zu dienen tempelherr mit dem nämlichen woran es meiner jugend fehlt mit rat patriarch recht gern nur ist der rat auch anzunehmen tempelherr doch blindlings nicht patriarch wer sagt denn das freilich muss niemand die vernunft die gott ihm gab zu brauchen unterlassen wo sie hingehört gehört sie aber überall denn hin oh nein zum beispiel wenn uns gott durch einen seiner engel ist zu sagen durch einen diener seines worts ein mittel bekannt zu machen würdige das wohl der ganzen christenheit das heil der kirche auf irgendeine ganz besondere weise zu fördern zu befestigen wer darf sich da noch unterstehen die willkür des der die vernunft erschaffen nach vernunft zu untersuchen und das ewige gesetz der herrlichkeit des himmels nach den kleinen regeln einer eitlen ehre zu prüfen doch hiervon genug was ist es denn worüber unseren rat für jetzt der herr verlangt tempelherr gesetzt ehrwürdiger vater ein jude hätte ein einziges kind es sei ein mädchen dass er mit der größten sorgfalt zu allem guten auferzogen dass er liebe mehr als seine seele dass ihn wieder mit der frömmsten liebe liebe und nun wird unser einem hinterbracht dies mädchen sei des juden tochter nicht er habe es in der kindheit aufgelesen gekauft gestohlen was ihr wollt man wisse das mädchen sei ein christenkind und sei getauft der jude habe es nur als jüden erzogen las es nur als jüden und als seine tochter so verharren sagt er wird gefahrter was wäre hierbei wohl zu tun patriarch mich schaudert doch zuallererst erkläre sich daher ob so ein fall ein faktum oder eine hypothese das ist zu sagen ob der herr sich das nur bloß so dichtet oder ob es geschehen und fortfährt zu geschehen tempelherr ich glaubte das sei eins um euer hocherwenden meinung bloß zu vernehmen patriarch 1 da seht der herr wie sich die stolze menschliche vernunft im geistlichen doch irren kann mitnichten denn ist der vorgetragene fall nur so ein spiel des witzes so verlohnt es sich der mühe nicht im ernst ihn zu durchdenken ich will den herrn damit auf das theater verwiesen haben wo der gleichen pro e contra sich mit vielem beifall könnte behandeln lassen hat der herr mich aber nicht bloß mit einer theatralischen schnurre zum besten ist der fall ein faktum hätte er sich wohl gar in unserer dioces in unserer lieben stadt jerusalem ereignet ja als dann tempel herr und was als dann patriarch dann würde mit dem juden fördersamst die strafe zu vollziehen die päpstliches und kaiserliches recht so einem frevel so einer lastertat bestimmen tempel herr so patriarch und zwar bestimmen ob besagte rechte dem juden welcher einen christen zur apostasie verführt den scheiterhaufen den holzstoß tempel herr so patriarch und wie viel mehr dem juden der mit gewalt ein armes christenkind dem bunde seiner taufe entreißt denn ist nicht alles was man kindern tut gewalt zu sagen ausgenommen was die kirch an kindern tut tempel herr wenn aber nun das kind erbarmte seiner sich der jude nicht vielleicht im elend umgekommen wäre patriarch tut nichts der jude wird verbrannt denn besser es wäre hier im elend umgekommen als dass zu seinem ewigen verderben es so gerettet ward zudem was hat der jude gott denn vorzugreifen gott kann wenn er retten will schon ohne ihn retten tempel herr auch trotz ihm sollte ich meinen selig machen patriarch tut nichts der jude wird verbrannt tempel herr das geht mir nah besonders da man sagt er habe das mädchen nicht sowohl in seinem als vielmehr in keinem glauben auferzogen und sie von gott nicht mehr nicht weniger gelehrt als der vernunft genügt patriarch tut nichts der jude wird verbrannt ja wer allein schon dieser wegen wert dreimal verbrannt zu werden was ein kind und allen glauben erwachsen lassen wie die große pflicht zu glauben ganz und gar ein kind nicht lehren das ist zu arg mich wundert sehr herr euch selbst tempel herr das übrige wenn gott will in der beichte will gehen patriarch was mir nun nicht einmal rede stehen den bösewicht den juden mir nicht nennen mir ihn nicht zur stelle schaffen oder weiß ich rat ich gehe sogleich zum sultan saladin vermöge der kapitulation die er beschworen muss uns muss uns schützen bei allen rechten allen lehren schützen die wir zu unserer allerheiligsten religion immer rechnen dürfen gottlob wir haben das original wir haben seine hand sein siegel wir auch mache ich ihm gar leicht begreiflich wie gefährlich selber für den staat es ist nichts glauben alle bürgerliche bande sind aufgelöst sind zerrissen wenn der mensch nicht glauben darf hinweg hinweg mit solchen frevel tempel herr schade dass ich nicht den trefflichen sermon mit besserer muße genießen kann ich bin zum saladin gerufen patriarch ja nun so nun freilich dann tempel herr ich will den sultan vorbereiten wenn es auch hoch er würden so gefällt patriarch oh ich weiß der herr hat gnade gefunden vor saladin ich bitte meiner nur im besten bei ihm eingedenkt zu sein mich treibt der eifer gottes lediglich was zu viel ich tue tue ich ihm das wolle doch ja der herr erwägen und nicht wahr herritte das vorhin erwähnte von dem juden war nur ein problem ist sozusagen tempel herr ein problem geht ab patriarch dem ich tiefer doch auf den grund zu kommen suchen muss das wäre so wiederum ein auftrag für den bruder bonafides hier mein sohn er spricht im abgehen mit dem kloster bruder dritter auftritt szene ein zimmer im palast des saladin in welches von sklaven eine menge beutel getragen und auf dem boden nebeneinander gestellt werden saladin und bald darauf sita saladin der dazukommt nun wahrlich das hat noch kein ende ist es dings noch viel zurück ein sklave wohl noch die hälfte saladin so tragt das übrige zu sita und wo bleibt al hafi das hier soll sogleich al hafi zu sich nehmen oder ob ich es nicht viel mit dem vater schicke hier fällt es mir doch nur durch die finger zwar man wird wohl endlich hart und nun gewiss soll es künste kosten mir viel abzuzwacken bis wenigstens die gelder aus ägypten zur stelle kommen mag das armut sehen wie es fertig wird die spenden bei dem grabe wenn die nur fortgehen wenn die christen pilger mit leeren händen noch nicht abziehen dürfen wenn nur sita was soll das geld bei mir saladin macht dich davon bezahlt und leg auf vorrat wenn was übrig bleibt sita ist natan noch mit dem tempelherrn nicht da saladin er sucht ihn alle orten sita sie doch was ich hier in dem mir so mein alt geschmeide durch die hände geht gefunden ihm ein kleines gemälde zeigend saladin ha mein bruder das ist er ist er war er war er ach ach wacker lieber junge dass ich dich so früh verlor was hätte ich erst mit dir an deiner seite erst unternommen sita lass mir das bild ach kenn ich schon ergab es deiner eltern schwester seiner lila die eines morgens ihn so ganz und gar nicht aus den armen lassen wollt es war der letzte den er ausritt ach ich ließ ihn reiten und allein ach lila starb vor gram und hat mir nie vergeben dass ich so allein in reiten lassen er blieb weg sita der arme bruder saladin lass nur gut sein einmal bleiben wir doch alle weg zudem wer weiß der tod ist nicht allein der einem jüngling seiner art das ziel verrückt er hat der feinde mehr und oft er liegt der stärkste gleich dem schwächsten nun sei wie ihm sei ich muss das bild doch mit dem jungen tempelherrn vergleichen muss doch sehen wie viel mich meine fantasie getäuscht sita nur darum bringe ich aber gibt doch gibt ich wollte das wohl sagen das versteht ein weiblich aug am besten saladin zu einem türsteher der hereintritt wer ist da der tempelherr er kommen sita euch nicht zu stören ihn mit meiner neugier nicht zu irren sie setzt sich seitwärts auf einen sofa und lässt den schleier fallen saladin gut so gut und nun sein ton wie der wohl sein wird asads ton schläft auch wohl in meiner seele noch vierter auftritt der tempelherr und saladin tempelherr ich dein gefangener sultan saladin mein gefangene will mich das leben schenke werde ich dem nicht auch die freiheit schenken tempelherr was dir ziehen zu tun zieht mir erst zu vernehmen nicht vorauszusetzen aber sultan dank besonderen dank dir für mein leben zu beteuern stimmt mit meinem stand und meinem charakter nicht es steht in allen fällen zu deinen diensten wieder saladin braucht es nur nicht wieder mich zwar ein paar hände mehr die gönnt ich meinem feinde gern allein ihm so ein herz auch mehr zu gönnen fällt mir schwer ich habe mich mit dir in nichts betrogen braver junger mann du bist mit seel und leib mein assad sie ich könnte dich fragen wo du denn die ganze zeit gesteckt in welcher höhle du geschlafen in welchem djinnistan von welcher guten tief das ist der name einer fee diese blume fort und fort so frisch erhalten worden sie ich könnte dich erinnern wollen was wir dort und dort zusammen ausgeführt ich könnte mit dir zanken dass du ein geheimnis doch vor mir gehabt ein abenteuer mir doch unterschlagen ja das könnte ich wenn ich dich nur sehe und nicht auch mich nun mags von dieser süßen träumerei ist immer doch so viel war dass mir in meinem herbst ein assad wieder blühen soll du bist es doch zufrieden ritter tempel her alles was von dir mir kommt sei was es will das lag als wunsch in meiner seele saladin lass uns das zugleich versuchen lebst du wohl bei mir um mich als christ als muselmann gleichviel im weißen mantel oder jammerlong im tulban oder deinem filze wie du willst gleichviel ich habe nie verlangt dass allen bäumen eine rinde wachse tempel her sonst wärst du wohl auch schwerlich der du bist der held der lieber gottes gärtner wäre saladin nun dann wenn du nicht schlechter von mir denkst so werden wir ja halb schon richtig tempel her ganz saladin in die hand bietend ein wort tempel her einschlagend ein mann hiermit empfange mehr als du mir nehmen konntest ganz der deine saladin zu viel gewinnt für einen tag zu viel kam er nicht mit tempel her wer saladin natan tempel her frostig nein ich kam allein saladin welch eine tat von dir und welch ein weises glück dass eine solche tat zum besten eines solchen mannes ausschlug tempel herr saladin so kalt nein junger mann wenn gott was gutes durch uns tut muss man so kalt nicht sein selbst aus bescheidenheit so kalt nicht scheinen wollen tempel her dass doch in der welt ein jedes ding so manches seiten hat von denen oft sich gar nicht denken lässt wie sie zusammenpassen saladin halte dich nur immer an die best und preise gott der weiß wie sie zusammenpassen aber wenn du so schwierig sein willst junger mann so werde auch ich ja wohl auf meiner hut mich mit dir halten müssen leider bin auch ich ein ding von vielen seiten die oft nicht so recht zu passen scheinen mögen tempel her das schmerzt denn argwohn ist so wenig sonst mein fehler saladin nun so sage doch mit wem du's hast es schien ja gar mit natan wie auf natan argwohn du erklär dich sprich komm gib mir deines zutrauens erste probe tempel herr ich habe wieder natan nichts ich zürm allein mit mir saladin und über was tempel herr das mir geträumt ein jude könnte auch wohl ein jude zu sein verlernen dass mir wachend so geträumt saladin heraus mit diesem wachen traume tempel herr du weißt von natans tochter sultan was ich für sie tat das tat ich weil ich tat zu stolz dank einzuernten wo ich ihn nicht sehete verschmiert ich tag für tag das mädchen noch einmal zu sehen der vater war fern er kommt er hört er sucht mich auf er dankt er wünscht dass seine tochter mir gefallen möge spricht von aussicht spricht von heitern fernen nun ich lasse mich beschwatzen komme sehe finde wirklich ein mädchen ach ich muss mich schämen sultan saladin dich schämen dass ein juden mädchen auf dich eindruck machte doch wohl nimmermehr tempel herr dass diesem eindruck auf das liebliche geschwätz des vaters hin mein rasches herz so wenig widerstand entgegensetzte ich tropf ich sprang zum zweiten mal ins feuer denn nun war ich und nun warte ich verschmäht saladin verschmäht tempel herr der weise vater schlägt nun wohl mich platterdings nicht aus der weise vater muss aber doch sich erst erkunden erst besinnen allerdings tat ich denn das nicht auch erkundete besann ich denn mich erst nicht auch als sie im feuer schrie für wahr bei gott es ist doch gar was schönes so weise so bedächtig sein saladin nun so sieht doch einem alten etwas nach wie lange können seine weigerungen denn dauern wird er denn von dir verlangen dass du erst jude werden sollst tempel herr wer weiß saladin wer weiß der diesen natan besser kennt tempel herr der aber glaubt in dem wir aufgewachsen verliert auch wenn wir ihn erkennen darum doch seine macht nicht über uns es sind nicht alle frei die ihre ketten spotten saladin sehr reif bemerkt doch natan wahrlich natan tempel herr der aber glauben schlimmster ist den seinen für den erträglichen zu halten saladin mag wohl sein doch natan tempel herr dem allein die blöde menschheit zu vertrauen bis sie hellern wahrheitstag gewöhne dem allein saladin gut aber natan natans los ist diese schwachheit nicht tempel herr so dachte ich auch wenn gleichwohl dieser ausbund aller menschen so ein gemeiner jude wäre dass er christen kinder zu bekommen suchte um sie als juden aufzuziehen wie dann saladin wer sagt ihm sowas nach tempel herr das mädchen selbst mit welcher er mich körnt mit deren hoffnung er gern mir zu bezahlen schiene was ich nicht umsonst für sie getan soll haben dies mädchen selbst ist seine tochter nicht ist ein verzettelt christen kind saladin dass er dem ungeachtet die nicht geben wollte tempel herr heftig wohl oder wolle nicht er ist entdeckt der tolerante schwätzer ist entdeckt ich werde hinter diesen jütschen wolf im philosophischen schafpelz hunde schon zu bringen wissen die ihn sausen sollen saladin ernst sei ruhig christ tempel herr was ruhig christ wenn jud und muselmann auf jud auf muselmann bestehen soll allein der christ den christen nicht machen dürfen saladin noch ernster ruhig christ tempel herr gelassen ich fühle des vorwurfs ganze last die saladin in diese silbe presst ach wenn ich wüsste wie asad asad sich an meiner stelle hierbei benommen hätte saladin nicht viel besser vermutlich ganz so brausend doch wer hat denn dich auch schon gelehrt mich so wie er mit einem worte zu bestechen freilich wenn alles sich verhält wie du mir sag ist kann ich mich selber kaum in nattern finden indes er ist mein freund und meiner freunde muss keiner mit dem anderen hadern lass dich weisen gebe hutsam gebe nicht sofort den schwärmern deines pöbels preis verschweig was deine geistlichkeit an ihm zu rächen mir so nahe legen würde sei keinem juden keine musulmane zum trotz ein christ tempel herr bald wär's damit zu spät doch dank der blutbegier des patriarchen des werkzeug mit zu werden graute saladin wie du kamst zum patriarchen eher als zu mir tempel herr im sturm der leidenschaft im wirbel der unentschlossenheit verzeih du wirst von deinem asad fürchte ich ferner nun nichts mehr in mir erkennen wollen saladin wer ist diese furcht nicht selbst mich düngt ich weiß aus welchen fehlern unsere tugend keimt pflegt diese ferner nur und jene sollen bei mir dir wenig schaden aber geh sucht du nun nathan wie er dich gesucht und bringen her ich muss euch doch zusammen verständigen wer um das mädchen die im ernst zu tun sei ruhig sie ist ein auch soll es nathan schon empfinden dass er ohne schweinefleisch ein christenkind erziehen dürfen der tempel herr geht ab und sita verlässt das sofa fünfter auftritt saladin und sita sita ganz sonderbar saladin geld sita muss mein asad nicht ein braver ein schöner junger mann gewesen sein sita wenn er so war und nicht zu diesem bilde der tempel herr vielmehr gesessen aber wie hast du doch vergessen können dich nach seinen eltern zu erkundigen saladin und insbesondere wohl nach seiner mutter ob seine mutter hierzulande nie gewesen sei nicht wahr sita das machst du gut saladin möglicher wäre nichts denn asad war bei hübschen christendamen so willkommen auf hübsche christendamen so erpicht dass einmal gar die rede ging nun nun man spricht nicht gern davon genug ich habe ihn wieder will mit allen seinen fehlern mit allen launen seines weichen herzens ihn wiederhaben wo das mädchen muss ihm nathan geben meinst du nicht sita ihm geben ihm lassen saladin allerdings was hätte nathan sobald er nicht ihr vater ist für recht auf sie wer ihr das leben so erhielt tritt einzig in die rechte des der ihr es gab sita wie also saladin wenn du nur gleich das mädchen zu dir nimmst sie nur dem unrechtmäßigen besitzer gleich entzögest saladin täte das wohl not sita not nun wohl eben nicht die liebe neu begier treibt mich allein die diesen rat zu geben denn von gewissen männern mag ich gar zu gern sobald wie möglich wissen was sie für ein mädchen lieben können saladin nun so schick und lass sie holen sita darf ich bruder saladin nur schone natans natan muss durchaus nicht glauben dass man mit gewalt ihn von ihr trennen wolle sita sorge nicht saladin und ich muss schon selbst sehen wo al hafi bleibt sechster auftritt szene der offene flur in natans hause gegen die palmen zu wem ersten auftritte des ersten aufzuges ein teil der waren und kostbarkeiten liegt ausgekramt deren eben da selbst gedacht wird natan und da ja da ja o alles herrlich alles auserlesen o alles wie nur ihr es geben könnt wo wird der silberstoff mit goldenen ranken gemacht was kostet er das nenne ich noch ein brautkleid keine königin verlangt es besser natan brautkleid warum brautkleid eben da ja die nun ihr dachte daran freilich nicht als ihr ihn kauftet aber wahrlich natan der und kein anderer muss es sein er ist zum brautkleid wie bestellt der weiße grund ein bild der unschuld und die goldenen ströme die alle orten diesen grund durchschlängeln ein bild des reichtums seht ihr aller liebst natan was witz ist mir da von wessen brautkleid sinnbild dass du mir so gelehrt bist du denn braut da ja ich natan nun wer denn da ja ich lieber gott natan werden von wessen brautkleid sprichst du denn das alles ist ja dein und keine anderen da ja ist mein soll mein sein ist für rächer nicht natan was ich für mitgebracht das liegt in einem anderen wallen mach nimm weg trag deine sieben sachen fort da ja versuche nein werden es die kostbarkeiten auch der ganzen welt nicht rühre ich an wenn ihr mir vorher nicht schwört von dieser einzigen gelegenheit der gleichen euch der himmel nicht zweimal schicken wird gebraucht zu machen natan gebrauch von was gelegenheit wozu da ja wo stellt euch nicht so fremd mit kurzen worten der tempel her liebt rächer gebt sie ihm so hat doch einmal eure sünde die ich nicht länger verschweigen kann ein ende so kommt das mädchen wieder unter christen wird wieder was sie ist ist wieder was sie war und ihr ihr habt mit all dem guten dass wir euch nicht genug verdanken können nicht feuerkohlen bloß auf euer haupt gesammelt natan doch die alte leier wieder mit einer neuen seite nur bezogen die fürchte ich weder stimmt noch hält da ja wieso natan mir werde tempelherr schon recht ihm gönnt dich rächer mehr als einem in der welt allein nun habe nur geduld da ja geduld geduld ist eure alte leier nun wohl nicht natan nur wenig tage noch geduld sie doch wer kommt denn dort ein kloster bruder geh frag ihn was er will da ja was wird er wollen sie geht auf ihn zu und fragt natan so gib und er bittet wüsste ich nur dem tempelherrn erst beizukommen und die ursache meiner neugier ihm zu sagen denn wenn ich sie ihm sag und der verdacht ist ohne grund so habe ich ganz umsonst den vater auf das spiel gesetzt was ist da ja er will euch sprechen natan nun so lass ihn kommen und gehen des siebente auftritt natan und der kloster bruder natan ich bliebe rechers vater doch gar zu gern zwar kann ich sie nicht bleiben auch wenn ich aufhör es zu heißen ihr ihr selbst werde ich doch immer auch noch heißen wenn sie erkennt wie gern ich's wär was ist zu euren diensten frommer bruder kloster bruder nicht eben fiel ich freue mich herr natan euch an noch wohl zu sehen natan so kennt ihr mich kloster bruder jenu wer kennt euch nicht ihr habt so manchem ja euren namen in die hand gedrückt er steht in meiner auch seit vielen jahren natan nach seinem beutel langt kommt bruder kommt ich frisch ihn auf kloster bruder hab dank ich wird es ärmer und stehlen nehme nichts wenn ihr mir nur erlauben wollt ein wenig euch meinen namen aufzufrischen denn ich kann mich rühmen auch in eurer hand etwas gelegt zu haben was nicht zu verachten war natan verzeiht ich schäme mich sagt was und nimmt zur buße siebenfach den wert desselben von mir an kloster bruder hört doch vor allen dingen wie ich selber nur erst heute an dies mein euch vertrautes pfand erinnert worden natan mir vertrautes pfand kloster bruder vor kurzen saß ich noch als eremit auf quarantana unweit jericho da kam arabisch raubgesindel brach mein gottes häuschen ab und meine zelle und schleppte mich mit fort zum glück entkam ich noch und floh hierher zum patriarchen um mir ein ander plätzchen auszubitten an wo ich meinem gott in einsamkeit bis an mein selig ende dienen könne natan ich stehe auf kohlen guter bruder macht es kurz das pfand das mir vertraute pfand kloster bruder so gleicher natan nun der patriarch versprach mir eine siedelei auf tabor sobald als eine lehr und hieß inzwischen im kloster mich als leihenbruder bleiben da bin ich jetzt herr natan und verlange des tags wohl hundertmal auf tabor denn der patriarch braucht mich zu allerlei bevor ich großen ekel habe zum exempel natan macht ich bitte euch kloster bruder nun es kommt da hat ihm jemand heute ins ohr gesetzt es lebe hierherum ein jude der ein christenkind als seine tochter sich erzüge natan betroffen wie kloster bruder hört mich nur aus indem er mir nun aufträgt diesem juden strax womöglich auf die spur zu kommen und gewaltig sich ob eines solchen frevels erzürnt der ihm die wahre sünde wieder den heiligen geist bedünkt das ist die sünde die aller sünden größte sünd uns gilt nur dass wir gott sei dank so recht nicht wissen worin sie eigentlich besteht da wacht mit einmal mein gewissen auf und mir fällt bei ich könnte selber wohl vor zeiten zu dieser unverzeihlich großen sünde gelegenheit gegeben haben sagt hat euch ein reitknecht nicht vor 18 jahren ein töchterchen gebracht von wenig wochen natan wie das nun freilich allerdings kloster bruder seht mich doch recht an der reitknecht der bin ich natan seid ihr kloster bruder der herr von welchem ich es euch brachte war ist mir recht ein herr von filneck wolf von filneck natan richtig kloster bruder weil die mutter kurz vorher gestorben war und sich der vater nach mein ich gaser plötzlich werfen musste wohin das würmchen ihm nicht folgen konnte so sand er es euch und traf ich euch damit nicht in darun natan ganz recht kloster bruder es wäre kein wunder wenn mein gedächtnis mich betröge ich habe der braven herrn so viel gehabt und diesen habe ich nur gar zu kurze zeit gedient er blieb bald darauf bei askalon und war wohl sonst ein lieber herr natan jawohl jawohl dem ich so viel so viel zu danken habe der mehr als einmal mich dem schwert entrissen kloster bruder schön so wert ihr seines töchterchens euch umso lieber angenommen haben natan das könnt ihr denken kloster bruder nun wo ist es denn es ist doch wohl nicht etwa gar gestorben lass lieber nicht gestorben sein wenn sonst noch niemand um die sache weiß so hat es gute wege natan hat es kloster bruder traut mir natan denn seht ich denke so wenn an das gute das ich zu tun vermeine gar zu nah was gar zu schlimmes grenzt so tue ich lieber das gute nicht weil wir das schlimme zwar so ziemlich zuverlässig kennen aber bei weiten nicht das gute war ja wohl natürlich wenn das christentöchterchen recht gut von euch erzogen werden sollte dass ihr es als euer eigen töchterchen erzögt das hättet ihr mit aller lieb und treu nun getan und müsstet so belohnet werden das will mir nicht ein ei freilich klüger hättet ihr getan wenn ihr die christin durch die zweite hand als christin auferziehen lassen aber so hättet ihr das kindchen eures freunds auch nicht geliebt und kinder brauchen liebe wer seines wilden tieres lieb auch nur in solchen jahren mehr als christentum zum christentum hat es noch immer zeit wenn du das mädchen sonst gesund und fromm vor euren augen aufgewachsen ist so blieb es vor gottes augen was es war und ist denn nicht das ganze christentum aufs judentum gebaut es hat mich oft geärgert hat mir tränen genug gekostet wenn christen gar so vergessen konnten dass unser herr ja selbst ein jude war nathan ihr guter bruder müsst mein fürsprach sein wenn hass und gleißen rei sich gegen mich erheben sollten wegen einer tat ach wegen einer tat nur ihr ihr sollt sie wissen nehmt sie aber mit ins grab noch hat mich nie die eitelkeit versucht sie jemand anderen zu erzählen euch allein erzähle ich sie der frommen einfalt allein erzähle ich sie weil die allein versteht was ich der gottergebene mensch für taten abgewinnen kann klosterbruder ihr seid gerührt und euer auge steht voll wasser nathan ihr traft mich mit dem kinde zu darum ihr wisst wohl aber nicht dass wenig tage zuvor in gatt die christen alle juden mit weib und kind ermordet hatten wisst wohl nicht dass unter diesen meine frau mit sieben hoffnungsvollen söhnen sich befunden die in meines bruders hause zu dem ich sie geflüchtet insgesamt verbrennen müssen klosterbruder alle gerechter nathan als ihr kamt hatte ich drei tag und nächt in asch und staub vor gott gelegen und geweint geweint bei her mit gott auch wohl gerechtet gezürnt getobt mich und die welt verwünscht der christenheit den unversöhnlichsten hass zugeschworen klosterbruder ach ich glaub's euch wohl nathan doch nun kam die vernunft allmählich wieder sie sprach mit sanfter stimmen und doch ist gott doch war auch gottes ratschluss das wohl an komm über was du längst begriffen hast was sicherlich zu üben schwerer nicht als zu begreifen ist wenn du nur willst steh auf ich stand und rief zu gott ich will willst du nur dass ich will in dem stieg dir vom pferd und überreichtet mir das kind in euren mantel eingehüllt was ihm ja damals sagte was ich euch habe ich vergessen so viel weiß ich nur ich nahm das kind trug's auf mein lager küsst es warf mich auf die knie und schluchzte gott auf sieben doch nun schon eines wieder klosterbruder nathan nathan ihr seid ein christ bei gott ihr seid ein christ ein besserer christ war nie nathan wohl uns denn was mich euch zum christen macht das macht euch mir zum juden aber lasst uns länger nicht einander nur erweichen hier braucht stat und ob mich siebenfache liebe schon bald an dies einzige fremde mädchen band ob der gedanke mich schon tötet dass ich meine sieben söhn in ihr aufs neue verlieren soll wenn sie von meinen händen die vorsicht wieder fordert ich gehorche klosterbruder nun vollends eben das bedacht ich mir so viel euch anzuraten und so hat es euch euer guter geist schon angeraten nathan nur muss der erste beste mir sie nicht entreißen wollen klosterbruder nein gewiss nicht nathan wer auf sie nicht größere rechte hat als ich muss frühere zumindest haben klosterbruder freilich nathan dem natur und blut erteilen klosterbruder so meine ich es auch nathan drum nennt mir nur geschwind den mann der ihr als bruder oder um als vetter oder sonst als sie verwandt ihm will ich sie nicht vorenthalten sie die jedes hauses jedes glaubens zierte zu sein erschaffen und erzogen ward ich hoffe ihr wisst von diesem euren herrn und dem geschlechte dessen mehr als ich klosterbruder das guter nathan wohl nun schwerlich denn ihr habt ja schon gehört dass ich nur gar zu kurze zeit bei ihm gewesen nathan wisst ihr denn nicht wenigstens was für geschlechts die mutter war war sie nicht eine staufel klosterbruder wohl möglich ja mich düngt nathan hieß nicht ihr bruder konrad von staufen und war tempelherr klosterbruder wenn ich's nicht trügt doch halt da fällt mir ein dass ich vom selgen herrn ein büchelchen noch hab ich zogs ihm aus dem busen als wir ihn bei askerl und verscharten nathan nun klosterbruder es sind gebete drin wer nennt es ein privier das dachte ich kann ein christen mensch ja wohl noch brauchen ich nun freilich nicht ich kann nicht lesen nathan tut nichts nur zur sache klosterbruder in diesem büchelchen stehen vorn und hinten wie ich mir sagen lassen mit des herrn selbst eigener hand die angehörigen von ihm und ihr geschrieben nathan o erwünscht geht lauft holt mir das büchelchen geschwind ich bin bereit mit gold es aufzuwiegen und tausend dank dazu eilt lauft klosterbruder recht gern es ist arabisch aber was der herr hinein geschrieben ab nathan einerlei nur her gott wenn ich doch das mädchen noch behalten und einen solchen eider mir damit erkaufen könnte schwerlich wohl nun fall es aus wie's will wer mag es aber dann gewesen sein der bei dem patriarchen so etwas angebracht das muss ich doch zu fragen nicht vergessen wenn es gar von da ja käme achter auftritt da ja und nathan da ja eilig und verlegen denkt doch nathan nathan nun daher das arme kind erschrak wohl recht darüber da schickt nathan der patriarch da ja der sultans schwester prinzessin sita nathan nicht der patriarch da ja nein sita hört ihr nicht prinzessin sita schickt her und lässt sie zu sich holen nathan wen lässt rächer holen sita lässt sie holen nun wenn sita holen lässt und nicht der patriarch da ja wie kommt ihr denn auf den nathan nathan so hast du kürzlich nichts von ihm gehört gewiss nicht auch ihm nichts gesteckt da ja ich ihm nathan wo sind die boten da ja vorn nathan ich will sie doch aus vorsicht selber sprechen kommen wenn nur vom patriarchen nichts dahinter steckt geht ab daher und ich ich fürchte ganz was anders noch was gilt die einzige vermeinte tochter so eines reichen juden wäre auch wohl für einen muselmann nicht übel der tempel herr ist drum ist drum wenn ich den zweiten schritt nicht auch noch wage nicht auch ihr noch selbst entdecke wer sie ist getrost lasst mich den ersten augenblick den ich allein sie habe da zu brauchen und der wird sein vielleicht nun eben wenn ich sie begleite so ein ernster wink kann unterwegs wenigstens nicht schaden ja ja nur zu jetzt oder nie nur zu ihm nach fünfter aufzug erster auftritt szene das zimmer in saladins palaste in welches die beutel mit geld getragen worden die noch zu sehen saladin und bald darauf verschiedene mamelucken saladin im hereintreten da steht das geld nun noch und niemand weiß den derwisch aufzufinden der vermutlich ans schachbrett irgendwo geraten ist dass ihn wohl seiner selbst vergessen macht warum nicht meine nun geduld was gibt's ein mameluck erwünschte nachricht sultan freude sultan die karawane von kahirer kommt ist glücklich da mit siebenjährigen tribut des reichen nils saladin brav ibrahim du bist mir wahrlich ein willkommener boten endlich einmal endlich habe dank der guten zeitung der mameluck wartend nun nur her damit saladin was wartest du geh nur wieder der mameluck dem willkommenen sonst nichts saladin was denn sonst noch der mameluck dem guten boten kein botenbrot so wäre ich ja der erste den saladin mit worten abzulohnen doch endlich lernte auch ein ruhm der erste mit dem er knickerte saladin so nimm dir nur dort einen beutel der mameluck nein nun nicht du kannst mir sie nun alle schenken wollen saladin trotz komm her da hast du zwei im ernst er geht tut mir es an edelmut zuvor denn sicher muss es ihm saurer werden auszuschlagen als mir zu geben ebrahim was kommt mir denn auch ein so kurz vor meinem abtritt auf einmal ganz ein anderer sein zu wollen wie saladin als saladin nicht sterben so muss er auch als saladin nicht leben zweiter mameluck non-sultan saladin wenn du mir zu melden kommst zweiter mameluck das aus ägypten der transport nun da saladin ich weiß schon zweiter mameluck kam ich doch zu spät saladin warum zu spät da nimm für deinen guten willen der beutel einen oder zwei zweiter mameluck macht drei saladin ja wenn du rechnen kannst so nehmen sie nur zweiter mameluck es wird wohl noch ein dritter kommen wenn er anders kommen kann saladin wie das zweiter mameluck jenu er hat auch wohl den hals gebrochen denn sobald wir drei der ankunft des transports versichert waren sprengte jeder frisch davon der vorderste der stürzt und so komme ich nun vor und bleibt auch vor bis in die stadt wo aber ibrahim der lecker die gassen besser kennt saladin oder gestürzte freund der gestürzte reiht ihm doch entgegen zweiter mameluck das werde ich ja wohl tun und wenn er lebt so ist die hälfte dieser beutel sein geht ab saladin sie welch ein guter edler kerl auch das wer kann sich solcher mamelucken rühmen und wer mir denn zu denken nicht erlaubt dass sie mein beispiel bilden helfen fort mit dem gedanken sie zu guter letzt noch einen anders zu gewöhnen dritter mameluck sultan saladin bist du es der stürzte dritter mameluck nein ich melde nur dass emir man so der die karawane geführt vom pferde steigt saladin bring ihn geschwind da ist er ja zweiter auftritt emir man so und saladin saladin willkommen emir nun wie es gegangen man so man so hast uns lange warten lassen man so dieser brief berichtet was dein abul kassem erst für unruh in tebeis dämpfen müssen wir es wagen durften abzugehen den zug darauf habe ich beschleunigt so viel wie möglich war saladin ich glaube dir und nimm nur guter man so nimm so gleich du tust es aber doch auch gern nimmt frische bedeckung nur sogleich du musst sogleich noch weiter muss der gelder größeren teil auf libanon zum vater bringen man so gern sehr gern saladin und nimm dir die bedeckung ja nur nicht so schwach es ist um libanon nicht alles mehr so sicher hast du nicht gehört die tempelherren sind wieder rege sei wohl auf deiner hut kommen nur wo hält der zug ich will ihn sehen und alles selbst betreiben ihr ich bin sodann bei sita dritter auftritt szene die palmen von natans hause der tempelherr geht auf und nieder ins haus nun will ich einmal nicht er wird sich endlich doch wohl sehen lassen man bemerkte mich ja sonst so bald so gern wisst noch erleben dass er sich verbittet vor seinem hause mich so fleißig finden zu lassen ich bin doch aber auch sehr ärgerlich was hat mich denn nun so erbittert gegen ihn er sagte ja noch schlug er mir nichts ab und saladin hat es über sich genommen ihn zu stimmen wie sollte wirklich wohl in mir der christ noch tiefer nisten als in ihm der jude wer kennt sich recht wie könnte ich ihm denn sonst den kleinen raub nicht gönnen wollen den er sich zu solcher angelegenheit gemacht den christen abzujagen freilich kein kleiner raub ein solch geschöpf geschöpf und wessen doch des sklaven nicht der auf des lebens öden strand den block geflößt und sich davon gemacht des künstlers doch wohl mehr der in dem hingeworfenen blocke die göttliche gestalt sich dachte die er dargestellt ach rechers wahre vater bleibt trotzdem christen der sie zeugte bleibt in ewigkeit der jude wenn ich mir sie lediglich als christendirne denke sie sonder alles das mir denke was allein ihr so ein jude geben konnte sprich herz was wäre an ihr das dir gefiel nichts wenig selbst ihr lächeln wäre es nichts als sanfte schöne zuckung ihrer muskeln wer was sie lächeln macht des reizes unwert in denen es sich auf ihrem munde kleidet nein selbst ihr lächeln nicht ich habe es ja wohl schöner noch an aberwitz an tant an höhnerei an schmeichler und an bula verschwenden sehen hat's da mich auch bezaubert hat's da mir auch den wunsch entlockt mein leben in seinem sonnenscheine zu verflattern ich wüsste nicht und bin auf denen doch launisch der diesen höheren wert allein ihr gab wie das warum wenn ich den spott verdiente mit denen mich saladin entließ schon schlimm genug dass saladin es glauben konnte wie klein ich ihm da scheinen musste wie verächtlich und das alles um ein mädchen kurz kurz das geht so nicht lenk ein wenn voll eins mir daher nur was vorgeplaudert hätte was schwerlich zu erweisen stünde sie da tritt er endlich im gespräch vertieft aus seinem hause mit wem mit ihm mit meinem klosterbruder hat so weiß er sicherlich schon alles ist wohl gar dem patriarchen schon verraten was hab ich quer kopf nun gestiftet dass ein einziger funken dieser leidenschaft doch unseres hirn so viel verbrennen kann geschwind entschließt dich was nunmehr zu tun ich will hier seitwärts ihrer warten vielleicht der klosterbruder ihn verlässt vierter auftritt nathan und der klosterbruder nathan im näher kommen hab nochmals guter bruder vielen dank klosterbruder und ihr desgleichen nathan ich von euch wofür für meinen eigensinn euch aufzudringen was ihr nicht braucht ja wenn ihm eurer nur auch nachgegeben hätte ihr mit gewalt nicht wolltet reicher sein als ich klosterbruder das buch gehört ja ohne dem nicht mehr gehört ja ohne dem der tochter ist ja so der tochter ganzes väterliches erbe jenen sie hat ja euch gott gebe nur dass ihr es nie bereuen dürft so viel für sie getan zu haben nathan kann ich das das kann ich nie seit unbesorgt klosterbruder nur die patriarchen und die tempelherren nathan vermögen mir des bösen nie so viel zu tun dass irgendwas mich reuen könnte geschweige dass und seid ihr denn so ganz versichert dass ein tempelherr es ist der euren patriarchen hetzt klosterbruder es kann beinahe kein anderer sein ein tempelherr sprach kurz vorher mit ihm und was ich hörte das klang danach nathan es ist doch aber nur ein einziger jetzt in jerusalem und diesen kenne ich dieser ist mein freund ein junger edler offener mann klosterbruder ganz recht der nämliche doch was man ist und was man sein muss in der welt das passt ja wohl nicht immer nathan leider nicht so tue wer es auch immer ist sein schlimmstes oder bestes mit eurem buche bruder trotz ich allen und gehe geradenwegs damit zum sultan klosterbruder viel glücks ich will euch denn nur hier verlassen nathan und habt sie nicht einmal gesehen kommt ja doch bald doch fleißig wieder wenn heute der patriarch noch nichts erfährt doch was sagt ihm auch heute was ihr wollt klosterbruder ich nicht lebt wohl geht ab nathan vergesst uns ja nicht bruder gott dass ich nicht gleich hier unter freiem himmel auf meine knie sinken kann wie sich der knoten der so oft mir bange machte nun von sich selber löset gott wie leicht mir wird dass ich nun weiter auf der welt nichts zu verbergen habe dass ich vor den menschen nun so frei kann wandeln als vor dir der du allein den menschen nicht nach seinen taten brauchst zu richten die so selten seine taten sind o gott fünfter auftritt nathan und der tempelherr der von der seite auf ihn zukommt tempelherr hey wartet nathan nehmt mich mit nathan wer ruft seid ihr es ritter wo gewesen dass ihr bei dem sultan euch nicht treffen lassen tempelherr wir sind einander fehlgegangen nehmt's nicht übel nathan ich nicht aber saladin tempelherr ihr wart nur eben fort nathan und spracht ihn doch nun so ist gut tempelherr er will uns aber beide zusammen sprechen nathan desto besser kommt nur mit mein gang stand ohnehin zu ihm tempelherr ich darf ja doch wohl fragen nathan wer euch da verließ nathan ihr kennt ihn doch wohl nicht tempelherr war es nicht der gute haut der laienbruder dass sich der patriarch so gern zum stöber bedient nathan kann sein beim patriarchen ist er allerdings tempelherr der pfiff ist gar nicht übel die einfalt vor der schurkerei voraus zu schicken nathan ja die dumme nicht die fromme tempelherr an fromme glaubt kein patriarch nathan für den nun stehe ich der wird seinen patriarchen nichts ungebührliches vollziehen helfen tempelherr so stellt er wenigstens sich an doch hat er euch von mir denn nichts gesagt nathan von euch von euch nun namentlich wohl nichts er weiß ja wohl auch schwerlich euren namen tempelherr schwerlich nathan von einem tempelherr freilich hat er mir gesagt tempelherr und was nathan womit er euch doch ein für allemal nicht meinen kann tempelherr wer weiß lasst doch nur hören nathan dass mich einer bei seinem patriarchen angeklagt tempelherr euch angeklagt das ist mir seiner gunst erlogen hört mich nathan ich bin nicht der mensch der irgend etwas abzuleugnen imstande wäre was ich tat das tat ich doch bin ich auch nicht der der alles was er tat als wohlgetan verteidigen möchte was sollte ich einen fehlst mich schämen habe ich nicht den festen vorsatz ihn zu bessern und weiß ich etwa nicht wie weit mit dem es menschen bringen können hört mich nathan ich bin des laienbruders tempelherr der euch verklagt soll haben allerdings ihr wisst ja was mich wurmisch machte was mein blut in allen adern sieden machte ich gauch ich kam so ganz mit leib und seel euch in die arme mich zu werfen wie ihr mich empfingt wie kalt wie lau denn lau ist schlimmer noch als kalt wie abgemessen mir auszubeugen ihr beflissen wart mit welchen aus der luft gegriffenen fragen ihr antwort mir zu geben scheinen wolltet das darf ich kaum mir jetzt noch denken wenn ich soll gelassen bleiben hört mich nathan in dieser gärung schlich mir da ja nach und warf mir ihr geheimnis an den kopf dass mir den aufschluss eures rätselhaften betragens zu enthalten schien nathan wie das tempelherr hört mich nur aus ich bildete mir ein ihr wolltet was ihr einmal nun den christen so abgejagt an einen christen wieder nicht gern verlieren und so fiel mir ein euch kurz und gut das messer an die kehle zu setzen nathan kurz und gut und gut wo steckt das gute tempelherr hört mich nathan allerdings ich tat nicht recht ihr seid wohl gar nicht schuldig die nerendaya weiß nicht was sie spricht ist euch gehässig sucht euch nur damit in einen bösen handel zu verwickeln kann sein kann sein ich bin ein junger laffe der immer nur an beiden enden schwärmt bald viel zu viel bald viel zu wenig tut auch das kann sein verzeiht mir nathan nathan wenn ihr so mich freilich fasset tempelherr kurz ich ging zum patriarchen habe euch aber nicht genannt das ist der logen wie gesagt ich habe ihm bloß den fall ganz allgemein erzählt um seine meinung zu vernehmen auch das hätte unterbleiben können ja doch denn kannte ich nicht den patriarchen schon als einen schurken konnte ich euch nicht selber nur gleich zur rede stellen musste ich der gefahr so einen vater zu verlieren das arme mädchen opfern nun was tut's die schurkerei des patriarchen die so ähnlich immer sich erhält hat mich des nächsten weges wieder zu mir selbst gebracht denn hört mich nathan hört mich aus gesetzt er wüsst auch euren namen was nunmehr was mehr er kann euch ja das mädchen nur nehmen wenn sie niemals ist als euer er kann sie doch aus eurem hause nur ins kloster schleppen also gebt sie mir gebt sie nur mir und lasst ihn kommen er soll es wohl bleiben lassen mir mein weib zu nehmen gebt sie mir geschwind sie sei nun eure tochter oder sei es nicht sei christin oder jüdin oder keines gleich viel gleich viel ich werde euch weder jetzt noch jemals sonst in meinem ganzen leben darum befragen sei wie es sei nathan ihr erwähnt wohl gar dass mir die wahrheit zu verbergen sehr nötig tempelherr sei wie es sei nathan ich habe es ja euch oder wem es sonst zu wissen ziemt noch nicht geleugnet dass sie eine christin und nichts als meine pflegetochter ist warum ich es aber ihr noch nicht entdeckt darüber brauche ich nur bei ihr mich zu entschuldigen tempelherr das sollt ihr auch bei ihr nicht brauchen gönnt sie jedoch dass sie euch nie mit anderen augen darf betrachten spart ihr die entdeckung doch noch habt ihr ja ihr ganz allein mit ihr zu schalten gebt sie mir ich bitte euch nathan gebt sie mir ich bin's allein der sie zum zweiten male euch retten kann und will nathan ja konnte konnte nun auch nicht mehr es ist damit zu spät tempelherr wieso zu spät nathan dank sei dem patriarchen tempelherr dem patriarchen dank ihm dank wofür dank hätte er bei uns verdienen wollen wofür wofür nathan dass wir nun wissen wem sie an verwandt nun wissen wessen händen sie sicher ausgeliefert werden kann tempelherr das dank ihm wer für mehr im danken wird nathan aus diesen müsst ihr sie nun auch erhalten und nicht aus meinen tempelherr arme rächer was dir alles zustößt arme rächer was ein glück für andere weisen wäre wird dein unglück nathan und wo sind sie diese verwandte nathan wo sie sind tempelherr und wer sind sie nathan besonders hat ein bruder sich gefunden bei dem ihr um sie werben müsst tempelherr ein bruder was ist er dieser bruder ein soldat ein geistlicher lasst hören was ich mir versprechen darf nathan ich glaube dass er keins von beiden oder beides ist ich kenne ihn noch nicht recht tempelherr und sonst nathan ein braver mann bei dem sich rächer gar nicht übel wird befinden tempelherr doch ein christ ich weiß zu zeiten auch gar nicht was ich von euch denken soll neben ist nicht ungut nathan wird sie nicht die christin spielen müssen unter christen und wird sie was sie lange genug gespielt nicht endlich werden wird den lautern weizen den ihr gesät das unkraut endlich nicht ersticken und was kümmert euch so wenig dem ungeachtet könnt ihr sagen ihr dass sie bei ihrem bruder sich nicht übel befinden werde nathan denke ich hoffe ich wenn ihr ja bei ihm was mangeln sollte hat sie euch und mich denn nicht noch immer tempelherr was wird bei ihm ihr mangeln können wird das brüderchen mit essen und mit kleidung mit naschwerk und mit putz das schwesterchen nicht reichlich genug versorgen und was braucht ein schwesterchen denn mehr bei freilich auch noch einen mann nun nun auch den auch den wird ihr das brüderchen zu seiner zeit schon schaffen wie er immer nur zu finden der christlichste der beste nathan nathan welch einen engel hattet ihr gebildet den euch nun andere so verhunzen werden nathan hat keine not er wird sich unserer liebe noch immer wert genug behaupten tempelherr sagt das nicht von meiner liebe sagt das nicht denn die lässt nichts sich unterschlagen nichts es sei auch noch so klein auch keinen namen doch halt und sie wohl bereits was mit ihr vorgeht nathan möglich ob ich schon nicht wüsste woher tempelherr auch eben viel sie soll sie muss in beiden fällen was ihr schicksal droht von mir zuerst erfahren mein gedanke sie eher wieder nicht zu sehen zu sprechen als bis ich sie die meine nennen dürfe fällt weg ich eile nathan bleibt wohin tempelherr zu ihr zu sehen ob diese mädchenseele manns genug wohl ist den einzigen entschluss zu fassen der ihrer würdig wäre nathan welchen tempelherr den nach euch und ihrem bruder weiter nicht zu fragen nathan und tempelherr und mir zu folgen wenn sie drüben eines musulmanes frau auch werden müsste nathan bleibt ihr trefft sie nicht sie ist bei sita bei des sultans schwester tempelherr seit wann warum nathan und wollte dabei ihnen zugleich den bruder finden kommt nur mit tempelherr den bruder welchen sitas oder rechas nathan leicht beide kommt nur mit ich bitte euch kommt er führt ihn fort sechster auftritt szene in sitas haare sita und recha in unterhaltung begriffen sita was freue ich mich nicht deine süßes mädchen sei so beklemmt nur nicht so angst so schüchtern sei munter sei gesprächiger vertrauter recha prinzessin sita nicht doch nicht prinzessin nenn mich sita deine freundin deine schwester nenn mich dein mütterchen ich könnte das ja schier auch sein so jung so klug so fromm was du nicht alles weißt nicht alles muss gelesen haben recha ich gelesen sita du spottest deiner kleinen albern schwester ich kann kaum lesen sita kannst kaum lügnerin recha ein wenig meines vaters hand ich meinte du sprichst von büchern sita allerdings von büchern fächer nun bücher wird mir wahrlich schwer zu lesen sita im ernst welcher im ganzen ernst mein vater liebt die kalte buchgelehrsamkeit die sich mit toten zeichen ins gehirn nur drückt zu wenig sita was sagst du hat denn das wohl nicht sehr unrecht und so manches was du weißt recher weiß ich allein aus seinem munde und könnte bei den meisten dir noch sagen wie wo warum er michs gelehrt sita so hängt sich freilich alles besser an so lernt mit 1 die ganze seele recher sicher hat auch sita wenig oder nichts gelesen sita wieso ich bin nicht stolz aufs gegenteil allein wieso dein grund spricht reist dein grund recher sie ist so schlecht und recht so unverkünstelt so ganz sich selbst nur ähnlich sita nun recher das sollen die bücher uns nur selten lassen sagt mein vater sita wo was ist dein vater für ein mann recher nicht wahr sita wie nah er immer doch zum ziele trifft recher nicht wahr und diesen vater sita was ist dir liebe welcher diesen vater sita gott du weinst recher und diesen vater ach es muss heraus mein herz will luft will luft wirft sich von tränen überwältigt zu ihren füßen sita kind was geschieht dir recher recher diesen vater soll ich verlieren sita du verlieren ihn wie das sei ruhig nimmermehr steh auf du sollst vergebens dich zu meiner freundin zu meiner schwester nicht erboten haben ich bin's ja bin's steht auch nur auf ich muss sonst hilfe rufen recher die sich amand und auf steht ach verzeih vergib mein schmerz hat mich vergessen machen wer du bist vor sita gilt kein winseln kein verzweifeln kalte ruhige vernunft will alles über sie allein vermögen wes sache diese bei ihr führt der siegt sita nun dann recher nein meine freundin meine schwester gibt das nicht zu gibt nimmer zu dass mir ein anderer vater aufgedrungen werde sita ein anderer vater aufgedrungen dir wer kann das kann das auch nur wollen liebe recher wer meine gute böse daher kann das wollen will das können ja du kennst wohl diese gute böse daher nicht nun gott vergib es ihr belohne es ihr sie hat mir so viel gutes so viel böses erwiesen sita böses dir so muss sie gutes doch wahrlich wenig haben recher doch recht viel recht viel sita wer ist sie recher eine christin die in meiner kindheit nicht gepflegt mich so gepflegt du glaubst nicht die mir eine mutter so wenig missen lassen gott vergelt es ihr die mich aber auch so geängstigt mich so gequält sita und über was warum wie recher ach die arme frau ich sag dir ist ja ist eine christin muss aus liebe quälen ist eine von den schwärmerinnen die den allgemeinen einzig wahren weg nach gott zu wissen wählen sita nun verstehe ich recher und sich gedrungen fühlen einen jeden der dieses wegs verfehlt darauf zu lenken kaum können sie auch anders denn es war dass dieser weg allein nur richtig führt wie sollen sie gelassen ihre freunde auf einem anderen wandeln sehen der ins verderben stürzt ins ewige verderben es müsste möglich sein denselben menschen zur selben zeit zu lieben und zu hassen auch ist das nicht was endlich laute klagen mich über sie führen zwingt ihr seufzen ihr warnen ihr gebet ihr drohen hätte ich gern noch länger ausgehalten gern es brachte mich doch immer auf gedanken wie gut und nützlich und wem schmeichelt doch im grunde nicht sich gar so wert und teuer vom wems auch sei gehalten fühlen dass er den gedanken nicht ertragen kann er müsse einmal auf ewig uns entbehren sita sehr wahr recher allein allein das geht zu weit dem kann ich nichts entgegensetzen nicht geduld nicht überlegung nichts sita was wem recher was sie mir eben jetzt entdeckt will haben sita entdeckt und eben jetzt recher nur eben jetzt wir nahten auf dem weg hierher uns einem verfallenen christentempel plötzlich stand sie still schien mit sich selbst zu kämpfen blickte mit nassen augen bald gen himmel bald auf mich komm sprach sie endlich lass uns hier durch diesen tempel in die richtigen sie geht ich folge ihr und mein auge schweift mit graus die wankenden ruinen durch nun steht sie wieder und ich sehe mich an den versunkenen stufen eines morschen altars mit ihr wie ward mir als sie damit heißen tränen mit gerungenen händen zu meinen füßen stürzte sita gutes kind recher und bei der göttlichen die da wohl sonst so manch gebet erhört so manches wunder verrichtet habe mich beschwor mit blicken des wahren mitleids mich beschwor mich meiner doch zu erbarmen wenigstens ihr zu vergeben wenn sie mir entdecken müsse was ihre kirch auf mich für anspruch habe sita unglückliche recher ich sei aus christlichem geblüte sei getauft sei natans tochter nicht er nicht mein vater gott gott er nicht mein vater sita sita sie mich aufs neu zu deinen füßen sita recher nicht doch steh auf mein bruder kommt steh auf siebenter auftritt saladin und die vorigen saladin was gibt's hier sita sita sie ist von sich gott saladin wer ist sita du weißt ja saladin unsers natans tochter was fehlt ihr sita kommt doch zu dir kind der sultan recher sie sich auf den knien zu saladins füßen schleppt den kopf zur erde gesenkt ich steh nicht auf nicht er auf mag er des sultans antlitz nicht erblicken er den abglanz ewiger gerechtigkeit und güte nicht in seinen augen nicht auf seiner stirn bewundern sita steh steh auf recher er mir nicht verspricht saladin komm ich verspreche sei was es will recher nicht mehr nicht weniger als meinen vater mir zu lassen und mich ihm noch weiß ich nicht wer sonst mein vater zu sein verlangt verlangen kann willst auch nicht wissen aber machte nur das blut saladin der sie aufhebt ich merke wohl wer war so grausam denn dir selbst der gleichen in den kopf zu setzen ist es denn schon völlig ausgemacht erwiesen recher muss wohl denn da ja will von meiner am es haben saladin deiner amme recher die es sterbend ihr zu vertrauen sich verbunden fühlte saladin gar sterbend nicht auch faselnd schon und wer es auch war jawohl das blut das blut allein macht lange noch den vater nicht macht kaum den vater eines tieres gibt zum höchsten das erste recht sich diesen namen zu erwerben lass dir doch nicht bange sein und weißt du was sobald der väter zwei sich um dich streiten lass sie beide nimm den dritten nimm dann mich zu deinem vater sita o tus o tus saladin ich will ein guter vater recht guter vater sein doch halt mir fällt noch viel was besseres ein was brauchst du denn der väter überhaupt wenn sie nun sterben bei zeiten sich nach einem umgesehen der mit uns um die wette leben will kennst du noch keinen sita macht sie nicht erröten saladin das habe ich allerdings mir vorgesetzt erröten macht die hässlichen so schön und sollte schöne nicht noch schöner machen ich habe deinen vater nathan und noch ein ein noch hierher bestellt er rätst du ihn hierher du wirst mir doch erlauben sita sita bruder saladin dass du ja vor ihm recht sehr errötest liebes mädchen welcher vor wem erröten saladin kleine heuchlerin nun zur blasse lieber wie du willst und kannst eine sklavin tritt herein und nahet sich sita sie sind doch nicht etwa schon da sita gut lass sie nur herein sie sind es bruder letzter auftritt nathan und der tempelherr zu den vorigen saladin ach meine lieben guten freunde dich dich nathan muss ich nur vor allen dingen bedeuten dass du nun sobald du willst dein geld kannst wiederholen lassen nathan sultan saladin nun stehe ich auch zu deinen diensten nathan sultan saladin die karawanen ist da ich bin so reich nun wieder als ich lange nicht gewesen komm sag mir was du brauchst so recht was großes zu unternehmen denn auch ihr auch ihr ihr handelsleute könnt des baren geldes zu viel nie haben nathan und warum zuerst von dieser kleinigkeit ich sehe dort ein aug in tränen das zu trocken mir weit angelegener ist geht auch frecher zu du hast geweint was fehlt dir bist doch meine tochter noch brecher mein vater nathan wir verstehen uns genug sei heiter sei gefasst wenn sonst dein herz nur dein noch ist wenn deinem herzen sonst nur kein verlust nicht droht dein vater ist dir und verloren welche keine keiner sonst tempel herr sonst keiner nun so habe ich mich betrogen wenn man nicht zu verlieren fürchtet hat man zu besitzen nie geglaubt und nie gewünscht recht wohl recht wohl das ändert nathan das ändert alles saladin wir kamen auf dein geheiß allein ich hatte dich verleitet jetzt bemühe dich nur nicht weiter saladin wie gar nun wieder junger mann soll alles dir denn entgegen kommen alles dich erraten tempel herr nun du hörst ja siehst ja sultan saladin ei wahrlich schlimm genug dass deiner sache du nicht gewisser warst tempel herr so bin ich's nun saladin wer so auf irgendeine wohltat trotzt nimmt sie zurück was du gerettet ist deswegen nicht dein eigentum sonst wäre der räuber den sein geiz ins feuer jagt so gut ein held wie du auf recher zugehend um sie dem tempel herrn zuzuführen kommen liebes mädchen komm nimmst mit ihm nicht so genau denn wer anders wäre minder warm und stolz er hätte es bleiben lassen dich zu retten du musst ihm eins fürs andere rechnen komm beschäm ihn tu was ihm zu tun geziemte bekenn ihm deine liebe trag dich ihm an und wenn er dich verschmäht die es je vergisst wie ungleich mehr in diesem schritte du für ihn getan als er für dich was hat er denn für dich getan ein wenig sich beräuchern lassen ist was rechts so hat er meines bruders meines assad nichts so trägt er seine larve nicht sein herz kommen liebe sita geh geh liebe es ist für deine dankbarkeit noch immer wenig noch immer nichts nathan halt saladin halt sita saladin auch du nathan hier hat noch einer mit zu sprechen saladin wer leugnet das und streitig nathan kommt zu einem pflegevater eine stimme mit zu die erste wenn du willst du hörst ich weiß der sache ganze lage nathan nicht so ganz ich rede nicht von mir es ist ein anderer weit weit ein anderer den ich saladin doch auch vorher zu hören bitte saladin wer nathan ihr bruder saladin rechers bruder nathan ja rächer mein bruder so habe ich einen bruder tempelherr aus seiner wilden stummen zerstreuung auffahnd wo wo ist er dieser bruder noch nicht hier ich sollte ihn hier ja treffen nathan nur geduld tempelherr äußerst bitter er hat ja einen vater aufgebunden wird er keinen bruder für sie finden saladin das hat noch gefehlt christ ein so niedriger verdacht wer über assad lippen nicht gekommen gut war nur sofort nathan verzeih ihm ich verzeih ihm gern wer weiß was wir an seiner stelle in seinem alter dächten freundschaftlich auf ihn zugehend natürlich ritter argwohn folgt auf misstrauen wenn ihr mich eures wahren namens gleich gewürdigt hättet tempelherr wie nathan ihr seid kein stauffen tempelherr wer bin ich denn nathan heißt kurt von stauffen nicht tempelherr wie heißt ich denn nathan heißt läuft von filneck tempelherr wie nathan ihr stutzt tempelherr mit recht wer sagt das nathan ich der mehr noch mehr euch sagen kann ich strafe indes euch keiner lüge tempelherr nicht nathan kann doch wohl sein dass jener namen euch ebenfalls gebührt tempelherr das sollte ich meinen dass sie es gott ihn sprechen nathan denn eure mutter die war eine stauffen ihr bruder euer ohm der euch erzogen dem eure eltern euch in deutschland ließen als von dem rauen himmel dort vertrieben sie wieder hier zu lande kam der hieß kurt von stauffen mag ein kindes statt vielleicht euch angenommen haben seid ihr lange schon mit ihnen und auch herüber gekommen und lebt er doch noch tempelherr was soll ich sagen nathan allerdings so ist er selbst ist tot ich kam erst mit der letzten verstärkung unseres ordens aber aber was hat mit diesem allen rechers bruder zu schaffen nathan euer vater tempelherr wie auch den habt ihr gekannt auch den nathan er war mein freund tempelherr war euer freund ist möglich nathan nathan nannte sich wolf von philneck aber war kein deutscher tempelherr ihr wisst auch dass nathan war einer deutschen nur vermielt war eurer mutter nur nach deutschland auf kurze zeit gefolgt tempelherr nicht mehr ich bitte euch aber rechers bruder rechers bruder nathan seid ihr tempelherr ich 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 ihr bruder recher er mein bruder sieht er geschwister saladin sie geschwister recher will auf ihn zu ach mein bruder tempelherr tritt zurück ihr bruder recher hält an und wendet sich zu nathan kann nicht sein nicht sein sein herz weiß nichts davon wir sind betrüger gott saladin zum tempelherrn betrüger wie das denkst du kannst du denken betrüger selbst denn alles ist erlogen an dir gesicht und stimmen und gang nichts dein so eine schwester nicht erkennen wollen geh tempelherr sich demütig in nahend missdeut auch du nicht mein erstaunen sultan verkenne in einem augenblick in dem du schwerlich dein assad je gesehen nicht ihn und mich auf nathan zueilend ihr nehmt und gebt mir nathan mit vollen händen beides nein ihr gebt mir mehr als ihr mir nehmt unendlich mehr recher um den hals fallend ach meine schwester meine schwester nathan blander von philneck tempelherr blander blander rächer nicht nicht eure recher mehr gott ihr verstoßt sie gibt ihr ihren christennamen wieder verstoßt sie meinetwegen nathan nathan warum es sie entgelten lassen sie nathan und was o meine kinder meine kinder denn meiner tochter bruder wer mein kind nicht auch sobald er will indem er sich ihren umarmungen überlässt tritt saladin mit unruhigen erstaunen zu seiner schwester saladin was sagst du schwester sieht er ich bin gerührt saladin und ich ich schaudere vor einer größeren rührung fast zurück bereite dich nur drauf so gut du kannst sieht er wie saladin nathan auf ein wort ein wort in dem nathan zu ihm tritt tritt zu den geschwistern in ihre teilnehmung zu bezeigen und nathan und saladin sprechen leise saladin hör hör doch nathan sagtest du vorhin nicht nathan was saladin aus deutschland sei ihr vater nicht gewesen ein geborener deutscher nicht was war er denn wo war er sonst denn hier nathan das hat er selbst mir nie vertrauen wollen aus seinem munde weiß ich nichts davon saladin und war auch sonst kein frank kein abendländer nathan und dass er der nicht sei gestand er wohl er sprach am liebsten persisch saladin persisch persisch was will ich mehr er ist er war es nathan wer saladin mein bruder ganz gewiss mein assad ganz gewiss nathan nun wenn du selbst darauf verfällst nimmt die versicherung hier in diesem buche ihm das privier überreichend saladin ist begierig aufschlagend ach seine hand auch die erkenne ich wieder nathan noch wissen sie von nichts noch stets bei dir allein was sie davon erfahren sollen saladin indes er darin geblättert ich meines bruders kinder nicht erkennen ich meine neffen meine kinder nicht sie nicht erkennen ich sie dir wohl lassen wieder laut sie sind sie sind es sieht da sind sie sind sind beide meines deines bruders kinder er rennt in ihre umarmungen sieht da ihm folgend was höre ich konnte auch anders anders sein saladin zum tempel herrn nun musst du doch wohl trotz kopf musst mich lieben zu rächer nun bin ich doch wozu ich mich erbot magst wollen oder nicht sieht er ich auch ich auch saladin zum tempel herrn zurück mein sohn mein assad meines assad sohn tempel herr ich deines bluts so waren jene träume womit man meine kindheit wiegte doch doch mehr als träume ihm zu füßen fallend saladin ihn aufhebend seht den bösewicht er wusste was davon und konnte mich zu seinem mörder machen wollen wart unter stumme wiederholung allseitiger umarmung fällt der vorhang hier ende das stück nathan der weise schreibt mir doch ob du das stück für die schule anhören musstest oder ob es schon lange auf deiner liste der zu lesenden bücher stand ich freue mich auf jeden fall auf deinen kommentar hinterlasse mir auch einen like oder abonniere meinen kanal damit du auch andere spannende stücke nicht verpasst vielen dank fürs zuhören und bis bald